Also ich war schon immer für, sag ich mal, die Autoritäten, mit denen ich da zu tun hatte, immer eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass das nichts Schlechtes ist. Also ich war, glaube ich, immer ein guter Störer, ein produktiver Störer. Ich weiß das ja auch, dass ich hier im politischen Betrieb ein Störfaktor bin, eine Reizfigur. Aber ich versuche den Betrieb oder unsere Demokratie besser zu machen. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind KünstlerInnen, UnternehmerInnen, schlaue Typen. Ich will herausfinden, wie die so ticken und ich möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur sehr, sehr praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank. Der Mobilfunk-Tarif per App, der radikal unspektakulär ist. Bei Frank gibt es weder Hotline-Anrufe, noch endlose Tarifoptionen, noch Kündigungsfristen oder versteckte Gebühren. Und warum? Weil richtig guter Mobilfunk das alles überhaupt nicht braucht und wir als Nutzerin erst recht nicht. Was bleibt, ist eine 4 GB All-Net-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freunden weiter und sichert euch mit dem Code HOTELMATZE1 dauerhaft einen Gigabyte zusätzlich zum Surfen. Auf frank.de, geschrieben wird das F-R-A-E-N-K.de, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag. Überhaupt einfach und unkompliziert, den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Thilo Jung. Thilo Jung ist Journalist und hat 2013 sein YouTube-Format Jung und Naiv gegründet und ist damit sehr erfolgreich. Über 500 Interviews hat er bereits geführt. Er spricht hauptsächlich mit PolitikerInnen und DenkerInnen und bohrt sich mit seinen naiven Fragen immer tiefer unter deren Oberfläche. Die Gäste müssen anders als sonst antworten und so erfährt man auch manchmal mehr, als denen so lieb ist. Dazu überträgt Thilo regelmäßig die Bundespressekonferenz auf seinem Kanal und er wurde bereits mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Ich wollte Thilo schon ganz lang kennenlernen, wir haben es bisher nicht geschafft, jetzt aber dann im Hotel Matze. Ein bisschen klassisch wollte ich natürlich wissen, woher er kommt, wie das alles so angefangen hat, wie er der geworden ist, der er heute ist. Wir sprechen über seine Arbeit und seine Haltung, natürlich sprechen wir auch über das, was uns beiden so gut gefällt, nämlich Fragen stellen. Ich wollte Thilo aber zur Abwechslung mal als Antwortgeber erleben und ein bisschen bei ihm bohren. Interessant ist, dass sein Format so unabhängig wie kaum ein anderes ist, es wird sehr oft gesehen, es ist sehr erfolgreich, aber er wird auch als eine Reizfigur empfunden. Warum ist das so und wie geht er damit um? Wir brauchen am Anfang ein paar Minuten, um warm zu werden, wie gesagt, normalerweise ist er ja auch der Fragensteller, aber dann funkt's. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Thilo Jung. Wir haben uns interessanterweise, wir sind uns wirklich noch nie begegnet, oder? In real life? In real life. Wüsste ich nicht. Ich habe dich das erste Mal angefragt, ich habe nochmal nachgeguckt, 2015 für ein Interview, auf Facebook damals. Damals gab es noch Facebook. Damals gab es noch Facebook, Facebook Messenger, da habe ich keine Antwort bekommen, da habe ich dich vor anderthalb Jahren nochmal gefragt, per E-Mail, da gab es auch keine Antwort. Und dann dachte ich, meine Güte, der ist aber hard to get. Und dann habe ich mich total gefreut, habe ich gesehen, du folgst mir jetzt bei Instagram, jetzt frage ich nochmal. Und das fand ich schön, dass du dann gesagt hast, dass es dir kommen. Das mit den E-Mails kenne ich die Beschwerde. Rutschen die bei dir durch einfach? Es sind halt so viele jeden Tag. Und ich habe dann immer die Regel, okay, die Sachen, die wichtig sind, da antworte ich sofort drauf oder leite die an die entsprechenden Stellen weiter. Oder sage, lass uns telefonieren. Und die Sachen, die mich jetzt nicht so ansprechen und wo ich jetzt auch nicht antworten muss. Weil ich habe irgendwann gelernt, du musst nicht auf alles antworten. Weil wenn du immer auf alles antwortest, gibst du dann darauf auch wieder eine Antwort. Und dann manchmal ist, glaube ich, keine Antwort die bessere Antwort. Und manchmal überlese ich es einfach auch. Keine Ahnung, morgens oder so. Ich bin eher ein Spätaufsteher und dann guckst du durch und dann hast du schon irgendwie 20 Sachen. Davon sind zehn die wichtigsten, aus deren Sicht wichtigsten Sachen der Welt. Und dann, so habe ich es heute Morgen gemacht, habe zwei Sachen gleich beantwortet. Und den Rest schiebe ich auf. Und manchmal, und wenn es wirklich wichtig ist, dann melden die sich halt nochmal. Das stimmt. Habe ich ja gemacht. Ab wann hast du das so für dich entschieden, dass das geht? Also, dass es möglich ist, dass du eben nicht auf alles antwortest und dass du so ein bisschen so deine Regel aufstellst? Weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade spontan gedacht, wann habe ich aufgehört, mir alles über uns durchzulesen? Irgendwie so die ersten Jahre war ja auch so, du konsumierst alles, was über die Sendung geschrieben wird. Und jede Kritik nimmst du dir zu Herzen und willst halt irgendwie jedem recht machen. Und dieses jedem recht machen hat das, glaube ich, auch mit E-Mails beantworten zu tun. Und ja, ich habe aufgehört, da versuchen, jedem zu gefallen. Ab welchem Punkt, glaubst du, war das? Kann ich Ihnen nicht sagen. Ist irgendwann passiert. Ja, müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, so die ersten zwei, drei Jahre war dann, ich meine, das war kurioserweise mit den jungen Naivsachen, als wir unsere Preise bekommen haben. Das war ja ganz am Anfang, ich war da sofort super beliebt. Das ist unglaublich, fand ich. So, und ich war früher noch so naiv, naja, wenn ich das mache, dann setze ich mir ins Ziel. Natürlich will ich mit Mitte 30, Ende 30 einen Preis bekommen haben, weil damals war mir so ein Scheiß wichtig. Ja. Und dann hast du das irgendwie ein Jahr später oder nach einem Jahr schon bekommen und dann war so, okay, Grimme-Preis, Fancy-Preis-Nominierung, toll. Hätte ich vor ein paar Jahren von geträumt und das für crazy gehalten. Und dann ist es durch und du realisierst so, und jetzt, hat ja im Grunde keine Bedeutung. Also es hat, also auf mein Leben oder auf irgendwelche Anfragen oder irgendwelche Vorteile, die für das zukünftige Leben, ist meiner Erfahrung nach null. Und dementsprechend hast du dann gelernt, dass diese, das sind halt ideelle Sachen, die man aber fürs Real Life völlig überschätzt. Ja. Genau wie andere Dinge, wie in anderen Sendungen auftauchen. Ja, also früher, wenn eine Zeitung angefragt hat, wollen sie ein Interview geben oder, keine Ahnung, das Radio oder man war bei Markus Lanz. Und dann bist du da zu Gast und denkst, okay, jetzt bist du da und gucken Millionen Menschen zu und dann einen Tag später hast du wahrscheinlich hunderttausend weitere Abonnenten. Und dann realisierst du, also beim Beispiel Lanz, okay, keine Ausflügung auf die Abonnenten und 50 Freundesanfragen auf Facebook. Ja. Das war's. Und da realisierst du, okay, die Welten haben halt ganz selten was miteinander zu tun. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann aufgehört, glaube ich, jede Anfrage da mitzunehmen und quasi auch Werbung für mein Produkt zu machen, sondern einfach nur es für sich stehen zu lassen und mir dann zum Beispiel Interview-Termine wie jetzt mit dir selektiv auszusuchen. Weißt du, also wer sich rar macht, ich glaube, das ist dann am Ende dann doch schlauer, als wenn ich irgendwie jeden Monat oder jede Woche selber ein Interview geben würde, weil meine Arbeit, mein Talent ist, selber Interviews zu führen. Ja. Wann hast du das festgestellt, dass du dieses Talent hast? Ich glaube, nach 30 Folgen, jung und naiv. Hast du gemerkt, irgendwie kannst du das? Nee, ich habe gemerkt, die Art, wie ich Interviews führe, die funktioniert. Und damit hätte ich nicht gerechnet. Weil ich meine, ich habe mir ja Gedanken gemacht, dass ich es irgendwie versuche, anders zu machen. Und es war eine bewusste Entscheidung, wie soll ich sagen, eine Figur zu spielen. Ja, den Naiven zu spielen. Ja, weil ich bin halt so mit John Stuart Daily Show und Stephen Colbert vom Colbert Report noch aufgewachsen damals. Der macht ja jetzt was anderes, die Late Night Show ist was anderes. Und damals hat Colbert in seiner Sendung Rechtsaußen gespielt. Das war so ein Bill O'Reilly Satire, die er in seiner Sendung gemacht hat. Und er hat halt auch in seiner Figur die Leute interviewt. Und ich fand das immer faszinierend, dass diese Interviews ganz anders gelaufen sind, wenn die Leute mit einer Figur zu tun hatten. Wo sie nicht genau wussten, okay, was kommt da jetzt? Da ist ja kein richtiger Mensch dahinter. Und da habe ich mir gedacht, na, sowas könnte man ja machen. Und da war halt klar, okay, du kannst es hier in Deutschland jetzt nicht übertragen und hier in Rechtsaußen spielen, obwohl du eigentlich ein Linker bist. Das würde hier falsch rüberkommen. Und ich glaube, dann habe ich mich irgendwie daran erinnert, naja, ich wurde schon in meiner Zeit als Jugendlicher bei der Zeitung immer so für naiv gehalten. Und dann kam dann mal, glaube ich, dieses junge Naiv-Ding im Kopf. Und dann dachte ich mir, das ziehe ich halt durch. Du hast das am Anfang, so was ich gehört habe, ja auch gemacht, um deine Scham vor der Kamera zu sprechen, zu überwinden. Warum war dir das wichtig, diese Scham zu überwinden? Ich hatte immer Lampenfieber. Und das stammte noch aus der Zeit, ich habe halt für die Zeitung Interviews geführt, ich habe für das Radio Interviews geführt. Genau, Radio 1 zum Beispiel. Das war alles kein Problem. Also wenn ich da auch on-air war, solange eine Kamera nicht auf mich war, habe ich nicht gestottert oder habe mich nicht verhaspelt. Aber wenn eine Kamera da war, war es irgendwie komisch. Und ich habe halt in meiner Studentenzeit nebenbei so Werbe-, also Model-Kram gemacht. Und auch immer vor einer Kamera, wenn ich da reden musste, war ich total shocked und wusste irgendwie nicht weiter. Und dann hat mir halt eine Freundin einen Tipp gegeben, meinte so, mach doch einfach mal Videos, wo du vor der Kamera bist. Und ich wollte halt nicht so irgendwie Meinung machen oder irgendwie so ein LeFloid, okay, ich sage euch mal, was los ist, sondern dachte mir, okay, dann mache ich halt irgendwie so ein Gespräch oder so. Und so hat es angefangen. Und ich habe das, glaube ich, dann relativ schnell abgebaut. Und der Clou war ja natürlich dann auch, dass du das ins Internet hochlädst und dann halt nicht nur deine Freunde schickst, die dir natürlich alle sagen, wie toll das ist, sondern dass du das dann der Öffentlichkeit preisgibst und auch Gefahr läufst, ehrliche Meinungen zu bekommen. Und das war das Ziel. Also, dass ich jetzt hier nicht das Lob von meinen Freunden abpreise, sondern okay, mal gucken, was die harte Realität sagt. Und die war in Ordnung. Ich höre es ja schon, das habe ich dir schon gesagt, den Sound deiner Heimat, der mich an wirklich die ganze Zeit, es ist in meinem Kopf noch so Bilder von vor 20 Jahren, als ich ganz oft Mac Pomp war. Malchin war ich noch nicht. Wenn du an deine Heimat denkst, ist Malchin deine Heimat, würdest du sagen? Ja, Malchin und die Umgebung. Die Hälfte der Zeit war dann in einem Dorf nebenan. Aber im Grunde ist Malchin, Mac Pomp, ja, meine Heimat, genau. Was siehst du da, wenn du daran denkst? Eine verfallene DDR-Stadt, die früher keine Industriehochburg war, aber gewisse Industrie, Landwirtschafts- und Chemikalienindustrie hatten. Und das mit den Jahren verfallen ist, die Leute entweder wegziehen, beziehungsweise die jungen Leute gar nicht erst da bleiben wollen. Und ja, es macht mich ja traurig, dass das so brach liegt. Ich meine, das ist eine Stadt mit den Gemeinden drumherum von circa 10.000 Menschen. Und ja, gefühlt kennt man da irgendwie jede Ecke. Und wenn ich dann nach Hause komme und gefühlt ein Jahr lang nicht da war, also in der Stadt rumgefahren bin, sieht das immer noch genauso aus. Und die Läden sind immer noch dieselben. Das ist eher so Untergangsverwaltung, also wirtschaftliche Untergangsverwaltung als irgendeine Aufstiegsperspektive. Und das macht mich halt immer traurig und gleichzeitig aber auch hilflos, weil ich wüsste nicht, was man da spontan machen könnte, außer halt auf einer großen Ebene das alles anpacken. Glaubst du, dass sich das ändern kann? Also wir erleben ja jetzt so ein bisschen einen Rückzug aufs Land, das Umland von Berlin, wenn man sich da ein Haus kaufen will, eigentlich nicht möglich. Also für unsere Eins, sag ich jetzt mal. Aber glaubst du, dass so eine Orte, ich komme aus Südbrandenburg, also auch zwei Stunden von Berlin entfernt Richtung Dresden. Und da sehe ich das auch. Also ich sehe auch eigentlich eine, wie nennst du, Untergangsverwaltung. Aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr da auch bleiben und nicht mehr so wegziehen. Aber dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden. Du musst eigentlich mindestens die gleichen infrastrukturellen Herausforderungen haben, wie die Städter, wenn ich sogar bessere. Und da ist das Wichtigste natürlich zum Beispiel Internetanbindung. Wie ist das da bei euch? Also auf dem Dorf, vier Kilometer weiter von Malchinen, wo meine Eltern leben, da gibt es, wenn wir im Erdgeschoss sind, noch nicht mal 3G. Von DSL kannst du nur träumen. Und ich habe es jetzt, glaube ich, geschafft, dass ich ihnen einen Mobile Router besorgt habe, der im Dach des Hauses ist. Dort kann 4G empfangen werden. Das wird dann durch diesen Mobile Router als WLAN versendet. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Verstärker im ganzen Haus aufgestellt, sodass meine Eltern tatsächlich jetzt WLAN haben und wir zum Beispiel skypen können. Und ja, also die Infrastruktur ist das Allerwichtigste. Also das gibt es ja auch viele Studien, da wo jetzt am Beispiel Internet Glasfaser gelegt wird. Dort ist die, das ist ein Wirtschaftsfaktor, ein Standortfaktor, aber auch ein Wohlfühlfaktor. Also wer zieht irgendwo aufs Land als junger Mensch, wo es nicht schnelles Internet gibt. Also das ist das Allererste. Und dann natürlich der Rest sind wirtschaftspolitische Dinge. Aber wie man das alles retten könnte, das ist jetzt, glaube ich, ein stundenlanges Gespräch. Naja, wir kommen noch zur Rettung der Welt. Also lass uns, deine Eltern, was sind das für Leute? Einfache Leute. Einfache Leute, das hast du auch mal gesagt, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind in armen Verhältnissen aufgewachsen. Also es gab immer genug Essen auf dem Tisch. Aber meine Eltern haben uns jetzt auch nicht merken lassen, wie eng es manchmal war. Ja, also jetzt finanziell und die Wende hat für alle Neustart bedeutet. Meine Mutter war früher Standesbeamtin, also in der DDR. Mein Vater war, lässt mich jetzt nichts falsch sagen, Schlosser und Lackierer. Den Job haben, alle haben den Job verloren. Und Mutti hat dann nach ein paar Jahren jetzt ihre Berufung gefunden gehabt, bis sie letztes Jahr jetzt entlassen wurde. Hat im Autogewerbe gearbeitet. Und Vater ist dann halt über mehrere Jahre hin und her geschwankt. Das war immer alles nicht stetig genug. Und ist dann, glaube ich, schon vor, lass mich lügen, vor 20 Jahren im Frühzeit in den Ruhestand gegangen. Auch aus gesundheitlichen Gründen. Und trotzdem haben sie es irgendwie gewagt, sich ihr Traum vom Häuschen zu erfüllen und haben halt ein Haus gebaut. Was natürlich angesichts der wirtschaftlichen Situation und dann, wenn ein Familienmitglied noch arbeitslos ist, natürlich sehr schwer ist. Haben sie das noch zu DDR-Zeiten gemacht oder dann nach der Welt? Nein, das war 2000. Ah ja, wow. Ja, und dann, ich meine, die Entscheidung, so ein Haus zu bauen, fällt ja ein paar Jahre vorher. Und da war es dann finanziell oder wirtschaftlich, sah die Lage noch besser aus. Und dann ist die Lage schlimmer geworden. Aber trotzdem wurde das Haus und musste das Haus gebaut werden. Was ich jetzt im Nachhinein natürlich auch verstehe. Obwohl ich damals, als ich 13, 14 war, wollte ich natürlich nicht aus der Stadt raus. Aber jetzt im Nachhinein haben sich die Befürchtung jetzt nicht so bewahrheitet. Aber wir haben nie im Saus und Braus gelebt. Wir sind nie nirgends wohin geflogen. Also Urlaub hieß für uns immer Campingplatz. Wo? Ostsee oben? Nein, Seenplatte. Seenplatte. Plauer See. Da waren wir im Urlaub. Plauer mit P? P-L-A-U-E-R. Und ist der immer noch schön? Der ist immer noch schön. Würde ich auch immer noch empfehlen. Ich habe mich immer gefragt, warum wir denn nicht am Komoräusee waren, da wo wir halt leben. Aber das war dann zu nah zu Hause. Also da war schon mit Absicht, okay, wir fahren jetzt mal eine Stunde. Was hattet ihr für ein Auto? Wir hatten viele Autos, weil Mutter ja im Autogewerbe war. Aber war das dann, also bei uns war Opel Kadett, war so das Traumauto? Nein, Opel kam nicht ins Haus. Ja, okay. Opa hat immer Mercedes gefahren. Das war für ihn so ein Statussymbol. Und meine Eltern haben eigentlich immer VW oder Audi. Ah, okay. Ja. Deine Mutter hat also für VW gearbeitet. Genau. Du hast gesagt, dass bei euch am Abendbrottisch nicht über Politik gesprochen wurde. Über was wurde so gesprochen bei euch? Also wenn es nicht so, also bei uns wurde übrigens auch nicht über Politik gesprochen. Ich glaube immer Arbeitsalltag. Also was Mutti wieder erlebt hat oder worüber Vater sich aufregt. Oder was Oma wieder irgendwie erzählt hat und so weiter. Also es war immer so familiäre Sachen. Politik hat nicht interessiert. Also am Abendbrottstisch erst recht nicht. Und morgens, da habe ich halt immer Zeitung gelesen und keine Ahnung. Sind das so sture Ossis? Also meine Eltern, die schwingen immer so hin und her manchmal so ein bisschen stur und fühlen sich manchmal so ein bisschen abgehängt. Manchmal aber auch scheiß drauf und alles egal. Also es ist aber so richtig eingebettet, fühlen die sich überhaupt noch nicht. Also sie fühlen sich nicht verbunden mit den Bayern oder so. Also das ist immer noch so ein eigenes... Ich finde die Frage, muss das sein? Muss man sich verbunden fühlen mit Bayern? Weiß ich gar nicht wie dem in einem Land. Ich glaube, das wissen die auch so schätzen. Und ich habe auch noch nie gehört, auch DDR war doch viel schöner. Ja, bei mir auch nicht, nein. Aber gleichzeitig wissen die natürlich, die sind von einem System der, sage ich mal, sozialen Sicherheit, egal wie diktatorisch das System war, aber es war eine gewisse soziale Sicherheit und eine gewisse soziale Gleichheit da und jeder hat einen Job. Und das war halt damals, so sind sie halt auch aufgewachsen, dass das wichtig ist. Und dann kamen sie in ein neues System und da war halt immer Hauen und Stechen. Und Konkurrenzkampf und einen Job, den man heute hat, muss man in zwei Jahren dann nicht mehr haben. Und das war ein großer Umstellungsprozess. Und gleichzeitig haben sie sich aber nie so darüber beklagt, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Aber ich glaube, das war natürlich so ein Schutz von uns. Und früher habe ich mich immer, weil ich mich dann früh für Politik interessiert habe, immer gewundert, dass sie sich nicht für Politik interessieren. Aber das habe ich dann immer auf das Zeitthema geschoben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, die gehen noch nicht mal wählen. Das hat mich immer furchtbar aufgeregt und ich habe sie versucht, immer zum Wählen zu schicken. Und mittlerweile bin ich da ein bisschen relaxter und verstehe natürlich auch, erstens Wahlfreiheit heißt auch, nicht wählen zu müssen oder nicht wählen zu gehen. Und gleichzeitig kann ich verstehen, aus ihrer Sicht, warum sie nicht wählen. Und dann kommt noch die Geschichte dazu. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war. Meine Eltern, gerade mein Vater erzählt immer wieder, er ist dann damals auch in der DDR nicht wählen gegangen. Und dann ist halt der Kumpel von der Polizei mit dem Polizeiauto fünf vor sechs bei uns vorne vor die Tür gefahren, hat geklingelt und hat gefragt, Jörg, warst du noch gar nicht wählen, ne? Nö. Na komm mal mit. Und dann sind sie mit dem Polizeiauto zur Wahlurne gefahren und dann durfte er halt wählen gehen. Und das war halt dann die Wahlfreiheit in der DDR. Und die Art von Freiheit leben sie halt jetzt aus und sagen sich, naja, ich glaube, die Einstellung scheint eher zu sein, da ändert sich ja eh nichts. Ist ja egal, wen wir wählen. Haben Sie recht damit? Ich sehe das nicht so, aber ich kann verstehen, woher der Frust kommt. Und gleichzeitig bin ich mir aber sicher, wenn irgendeiner zur Wahl stünde, wo ich sagen würde, hier, mach das mal unbedingt oder das ist jetzt wichtig oder hier, das sind meine Freunde oder das ist jetzt, auf jede Stimme kommt es an, dann könnte ich sie wahrscheinlich motivieren. Was hast du von denen mitgenommen? Also von wem hast du deine Neugierde, würdest du sagen? Also ich finde dich ja, wenn ich dich beschreiben würde, als sehr neugierig und sehr bissig. Die Bissigkeit habe ich von meiner Mutter, die Neugier würde ich eher sagen von meinem Opa. Der hat mich immer so geprägt und hat mich auch immer überall mitgenommen und irgendwo hingesetzt und hör mal zu und das ist hier und da. Und der geht aber auch nicht wählen, ne? Doch, Opa geht wählen. Opa war immer der Einzige. Der hat immer dasselbe gewählt und egal, was Montag in der Zeitung gestanden hat und Dienstag die Meinung geändert wurde, wurde Mittwoch dann trotzdem dasselbe gewählt. Das war denen relativ egal. Der war auch immer als Oma stolz gewesen, immer der Erste an der Urne zu sein. Also wenn, keine Ahnung, wenn morgens um acht oder neun die Wahlurne da. Und so schick gemacht für die Wahl und so? Ja, ja. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber das fand ich immer toll, weil Opa dann halt der Einzige war, der dann so gesagt hat, okay, ich gehe wählen und Oma hat da wahrscheinlich auch mal mitgenommen. Und dann irgendwann habe ich realisiert, okay, der beschäftigt, der ist eigentlich fast nur unpolitischer als meine Eltern, weil der sagt sich, gut, ja, wählen gehen, heißt halt immer dasselbe wählen. Und das finde ich dann auch komisch. Also ich finde das so zur Bürgerpflicht oder Bürgerinnenpflicht gehört halt aber auch, sich zu informieren. Und manchmal kann der Informationsprozess auch dahin führen, dass man vielleicht nicht mal das wählt, was man vorher gewählt hat. Was hast du von deinem Vater? Also wenn du die Neugierde von deinem Opa hast und die Bissigkeit von deiner Mutter? Manchmal die schlechte Laune. Also schlechte Laune im Sinne von... Die Muffigkeit. Ja. Wir nennen es muffig, ne? Nennst du es auch muffig? Nee, muffig sagen wir nicht. Aber schlechte Laune im Sinne von, dass man sich nicht alles schön redet. Ja, also dass man auch mal sagt, hier, das ist jetzt scheiße und darüber muss man jetzt mal nachdenken und dann ist auch mal schlechte Laune angesagt. Und ich finde, weil schlechte Laune ist manchmal auch förderlich. Also wenn irgendwie ein Problem ist, ich meine jetzt nicht schlechte Laune zu machen, aber schlechte Laune zu haben, führt jedenfalls bei mir dazu, die auch abstellen zu wollen. Und dementsprechend wird man dann innovativ. Und mein Vater hat immer, wenn er schlechte Laune hatte, gearbeitet, also im Garten und so weiter und hat dann da meistens die besten Sachen erbaut und sich ausgedacht, weil er dann irgendwie irgendwas in sich hineingefressen hat und wollte sich dann dadurch ablenken und hat dann da irgendwie ein Projekt entdeckt. Und im Prinzip war das mit jung und naiv ja genauso. Also ich meine, ich bin ja überall anders vorher aus meiner Sicht gescheitert und hatte dann schlechte Laune und gleichzeitig Angst um meine Zukunft. Und bin dann halt dadurch gezwungen worden, kreativ zu sein. Das ist eigentlich das, was immer noch so, also ich finde auch diese, also schlechte Laune ist so, schlechte Laune hat einen schlechten Ruf. Ja, Langeweile auch, Langeweile hat auch einen schlechten Ruf in der heutigen Zeit, aber Langeweile ist ja die Voraussetzung für einen kreativen Prozess. Ja. So und dementsprechend ist das jetzt, also im Nachhinein, jetzt zwei Minuten später, ja schlechte Laune ist eigentlich ein guter Begriff. Und schlechte Laune ist eigentlich auch dein Antrieb, so ein bisschen, oder? Ja, wenn man sich die Politiklandschaft anguckt, kann man schlechte Laune bekommen. Ja. Also haben wir doch schon mal richtig was, haben wir doch schon mal was erfahren. Ne, man, das ist ja auch manchmal, wird mir ja auch im Interview vorgeworfen in der Bundespressekonferenz, oh, du bist mal so hart, du bist mal so schlecht gelaunt. Ja, aber soll man die dann angrinsen und sagen, ja, Mensch, das Klima geht zugrunde, wir sind wieder viertgrößter Waffenexporteur. Ist doch schön. Dankeschön. Gibt es da ein Problem? Ne, das ist ein Problem. Was hat dich in Texas politisiert? Der Irakkrieg. Der Irakkrieg hat dich politisiert. Also du bist im Austausch, Austauschjahr nach Texas mit 15, 16, glaube ich, ne? Ich war 15, als ich angekommen bin und 16 dort geworden. Das war 2002 und 2003 ist ja der Krieg ausgebrochen. Ja. Und, ich meine, die Politisierung ist ganz konkret gewesen, weil mich hat das für den Krieg gar nicht so weiter interessiert. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Aber irgendwann war klar, wer zur Koalition der Willigen gehört, neben den Amis und den Briten noch ein paar Kleinstaaten, Polen und so weiter, aber die Franzosen, Deutschen und so haben ja nicht mitgemacht. Und dann auf einmal war ich dann der Deutsche in der Klasse und gerade so beim Kriegsausbruch haben auch alle Lehrer dann irgendwie so ein paar Tage lang mit uns geredet und wie wir das finden und so weiter und so fort. Kanntest du sowas auch aus deiner Schule, dass Lehrer... Nee, doch. Also ich kannte das nur. Das einzige Mal, wo ich mich daran erinnert habe, dass wir aus aktuellem Anlass nicht die Unterrichtsstunde oder den Tag gemacht haben, so wie es geplant war, war nach dem 11. September. Ja. Da hat am 12. Jahrhälften dann jede Lehrerin und jeder Lehrer dann so gesagt, okay, wollen wir drüber reden? Und das war lustigerweise, der 11. September war so ein Antrieb für mich, dann nach Amerika zu gehen, weil vorher hatte ich mich irgendwie selten mit Amerika beschäftigt und war jetzt nicht so interessiert daran. Aber dann habe ich auch immer gemerkt, es gibt Menschen, die das Land hassen und was ist daran so schlimm? Und dann war ich aber neugierig auf die USA und dann hatte ich mich, glaube ich, ein paar Monate später, habe ich meine Eltern gefragt, ob wir uns das irgendwie absparen können, dass ich dieses Austausch ja mache. Und es ist ja dann nicht billig, damals hat es so 5.000 Euro gekostet. Und meine Eltern waren natürlich erst dagegen, haben es mir dann aber erlaubt. Ja, und dann sitzt du da in der Highschool und alle reden über den Krieg. Und ich habe irgendwie gar nichts gesagt, aber dann wirst du irgendwann aufgerufen, sagen mal, du bist doch Deutscher. Was ist eigentlich mit euch Deutschen los? Ja, ihr macht da sonst bei jedem Krieg mit. Ausgerechnet jetzt nicht. Warum nicht? Und dann warst du halt gezwungen, irgendwie dein Land zu verteidigen, beziehungsweise erst mal aufzuklären, was denn der Grund war, warum wir da nicht mitmachen. Aber das wurde dann natürlich gleich so verwechselt mit, naja, der ist auch dagegen. Weil ich war, so spontan wusste ich erst mal gar nichts. Und du bist ja dann auch sehr der Propaganda ausgesetzt gewesen und der amerikanische Propaganda. Und da war dann Saddam Hussein der Teufel. Und dann musste es erst mal sagen, dass das irgendwie Quatsch ist und dass die mit Massenvernichtungswaffen wahrscheinlich nicht existieren. Das haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt. Vorher war es ja nur Propaganda, dass es so sein soll. Und da gab es auch damals Colin Paul im UN-Sicherheitsrat. Und das schien ja alles ziemlich glaubwürdig zu sein. Und ja, ich wurde dann irgendwie gezwungen, so die französisch-deutsche Perspektive aufzumachen. Und gleichzeitig wirst du dann halt politisiert, weil das dann auch mit dem realen Leben zu tun hat, weil die Lehrer an der Highschool, glaube ich, zwei oder drei waren Reservisten und die wurden dann eingezogen. Und dann waren die halt weg. Einer davon war auch ein Lehrer von mir. Hat dann auch dazu geführt, dass unser Satzlehrer grottenschlecht war und wir aus der History Lesson fast gar nichts mehr rausgezogen haben. Hat mich auch geärgert. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, weil ich dann Teil der Student Council war. Also so Art Schülerrat, weil mich das irgendwie dann auch interessiert hatte. Und dann war, glaube ich, so ging es im März oder April schon los. Die wurden ja natürlich schon vorher eingezogen. Also es ist ja nicht erst Krieg bricht aus, sondern die kriegsvorbereitenden Maßnahmen gehen ja schon vorher los. Ich glaube, die wurden schon im Januar oder Februar nach Kuwait geschickt. Und dann, als der Krieg ausgebrochen war, hat dann unsere Schule so eine Hilfsaktion gemacht. So hier, support the troops. Ja. Wo mir das, mir wurde weisgemacht, okay, das ist nicht support the war. Es ist nur support the troops. Also den Menschen helfen. Ja, aber es war natürlich auch ein Euphemismus. Am Ende war support the troops who fight the war. Es lief auf dasselbe hinaus. Und ein paar Freunde von mir hatten mir das auch versucht zu sagen. Aber ich dann so, nein, 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 wir haben, das ist support the troops. Wir unterstützen nur unsere Lehrer. Das ist am Ende ein Propaganda-Instrument oder Propaganda-Zweck des Pentagons, war aber gar nicht klar. Aber wir haben da so eine Hilfsaktion gemacht und haben in der ganzen Schule irgendwie alle wichtigen Sachen für Soldaten gesammelt, die die Soldaten sonst nicht durch die Armee bekommen. Und das hat dann angefangen bei Bananen und irgendwelchen Einwegdosen und Kaugummis und so weiter. Und die haben wir verschifft. Und das war dann ein riesengroßer Schiffscontainer. Also haben ja viele Schulen, Highschoolen und Colleges gemacht das Jahr. Aber wir waren offenbar in irgendeiner Art und Weise Rekord. Und stellvertretend, das war dann am Ende des Highschool-Jahres, stellvertretend hat dann der Student Council von einer großen Airbase im Namen des Pentagon eine Auszeichnung bekommen. Das ist jetzt nicht Medal of Freedom und so weiter, aber du hast eine Medaille bekommen. Und das war dann irgendwie im Juni und ich bin Ende Mai ja schon nach Hause. Und dann hat mich mein Gruppel angerufen und meinte so, du bekommst eine Medaille. Ich so, ich bekomme eine Medaille ja vom Pentagon, also US-Army. Ich so, wofür? Naja, für die Aktion damals. Du bist ja Teil des Student Councils gewesen. Ich so, aber dürfen die das? Also wissen die, dass ich Deutscher bin? Das ist denen egal. Und dann habe ich die Medaille bekommen und war dann irgendwie total stolz. Da war dann auch hier in Deutschland, das war noch im August, hat dann die Schule wieder angefangen. Ich habe dann, glaube ich, im Juli die Medaille bekommen und war dann total stolz. Das habe ich auch in meiner Zeitungsredaktion damals so gezeigt. Und die waren alle so, oh ja, cool. Man ist so ein bisschen Engagement, ist doch immer schön. Und das stand ja auch in der Zeitung, Tag später in der Bild-Zeitung. Die haben da alles dann irgendwie alles mitgenommen. Die Bild-Zeitung hat dann auch so eine Headline gemacht. Also die haben einfach nur den Text kopiert und sich das Foto von dem Redakteur geschnappt, ohne mein Wissen. Und da war dann die Headline für Bananen und Kaugummis. Mecklenburger bekommt Medaille vom Pentagon oder so weiter. Und ich dachte, das ist doch schön. Damals war ich jetzt noch nicht so bildkritisch. Weil du freust dich einfach nur, wow, du stehst mal in der Zeitung. Das war damals noch was Neues. Damals gab es auch keine sozialen Medien. Und ja, kommst du dann zur Schule, hast im Grunde nicht mitbekommen, was die Schule und deine Mitschüler das ganze Jahr gemacht haben. Lernst dann so in der ersten Woche, ja, wir haben das ganze Jahr Antikriegsthemos gemacht. Und du so, ach so, Thilo hat den Krieg unterstützt. Ich so, nee, habe ich gar nicht. Ja, aber warum hast du denn so eine Medaille bekommen? Und auf einmal warst du denn in diesem Zugzwang. Und gleichzeitig war ich dann aber auch so, du wirst dann auch so angemacht und in die Ecke gestellt. Und gleichzeitig habe ich dann gesagt, nee, gegen den Krieg war ich jetzt auch nicht. Ja, dann hast du irgendwie die Position so verteidigt. Und dann bin ich auch so richtig in dieses Konservative abgerutscht. Habe mir natürlich nur die Medien dann rausgesucht, die quasi so meine Haltung und meine Meinung unterstützen. Wurde dann Springer-Abonnent. Habe mir die Welt durchgelesen, auch die BILD, weil die sind ja immer pro Amerika. Und habe mir dann dadurch meine Argumente gesucht. Und wodurch ich dann natürlich gelernt habe zu debattieren und dich zu verteidigen auch ein Stück weit in deiner Klasse und deinem Umfeld. Genau. Ich wurde in Amerika gezwungen, mich zu verteidigen, weil ich Deutscher war und musste irgendwie die deutsche Position verteidigen. Und in der Schule war auf einmal, okay, ich wurde in die Ecke gedrängt. Okay, ich bin jetzt wieder Kriegsbefürworter. Und ich bin das dann lustigerweise tatsächlich geworden, weil sie mich dann so in die Ecke gesteckt haben. Und gleichzeitig. Bist du deswegen auch zur Bundeswehr dann? Nee, das ist ein anderer Grund. Aber die Motivation war dann einfach so, nee, den zeige ich jetzt. Ich habe die besseren Argumente. Und dann habe ich dann am Ende tatsächlich George Bush und so weiter verteidigt. Das war für mich irgendwie logisch. Und gleichzeitig habe ich dann natürlich auch alles andere mitgenommen. Dann gab es ja die Hartz-IV-Gesetze und so weiter und so fort. Und auf einmal war Schröder dann doch der Arsch. Und ich dann so, ja, siehste, der Schröder ist da ein Arsch gewesen und ist jetzt hier ein Arsch gewesen. Und das war auf jeden Fall sehr lehrreich, auch fürs weitere Leben. Also, dass du Leute quasi durch teilweise ungerechtfertigte Angriffe in die Ecke stellst und drängst, wo sie dann gar nicht raus wollen, sondern sich dann da auch eingraben. Und gleichzeitig habe ich gelernt, was ein einseitiger Medienkonsum aus dir macht. Und warst du, also bei uns waren sind sehr viele Rechts geworden in der Zeit. Also ich war ja nicht im Austausch, aber bei uns kamen dann irgendwann die wenigen fingen an, die Ärzte zu hören und die anderen fingen an, eher die Onkels zu hören. Und ich habe sehr, sehr viel Diskussionen geführt in meiner Jugend und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen debattieren gelernt. Aber es ging nie so richtig ins Persönliche. Also das fand ich irgendwie, also trotzdem, es gab quasi Diskussionen, harte Diskussionen. Und dann war irgendwann auch wieder gut und dann hat man auch nochmal weitergeredet. Ich habe auch keine, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie Freunde verloren habe. Oder jeweils nicht aus diesem politischen Grund, sondern du bist ein anderer Mensch geworden. Ich meine, ich bin, das Jahr war total einprägsam für mich, weil ich habe mich auf viele Art und Weise geändert. Und habe dann auch tatsächlich nicht mehr die Freunde gehabt, die ich mit Fitzen hatte, sondern du kommst dann wieder, bist fast 17 und denkst an ganz andere Dinge. Und dann waren, glaube ich, auch in der Klasse irgendwie 20 neue Leute und dann hat man sich halt neu orientiert. Und gleichzeitig warst du dann halt immer dann auch, ich war schon vorher immer nicht Außenseiter, aber immer der, der in der letzten Reihe sitzen musste. Weil ich war schon so immer der Klassenclown, beziehungsweise der Neumarkluge, der separiert werden musste. Und das hat sich dann einfach fortgesetzt gehabt. Was, also wenn dich Amerika politisiert hat, was hat dich medialisiert? Auch Amerika. Okay. Ja, also ich bin sehr amerikanisiert, was mir auch hilft. Ich meine, das ist ja dieses, ich versuche, ich beschreibe es immer so in Deutschland, wenn du, hätte ich Junge naiv, Angenommen, ich wäre auf die Idee gekommen, ohne in Amerika gewesen zu sein, dann hätte ich mir, glaube ich, hätte ich Junge naiv erst monatelang irgendwo geschnitzt und irgendwie überlegt, wie man es machen kann. Und damit es perfekt ist. Ja, aus meiner Sicht perfekt. Und ich hatte erst mal 100 Leute gefragt von meinen Freunden, die mir sagen, so musst du es machen. Nee, so musst du es machen. Und damit du, wenn du an den Start gehst, ist es perfekt, damit keiner meckern kann. Das ist so die deutsche, also ist die deutsche Kultur, würde ich mal sagen. Wir sind Perfektionisten und einfach mal ausprobieren geht nicht. Und in Amerika ist es genau andersrum. Einfach mal anfangen, gucken, was passiert und dann im Laufe des Weges ändern, was zu ändern ist. Und ansonsten einfach mal gucken. Und was hast du da in Amerika gesehen oder gelesen, was dich da, also so, gab es bestimmte Medien, die du, wo du gemerkt hast, okay, das ist anders als der Nordkurier? Ja, ich glaube, meine Hostparents, meine Gasteltern hatten, glaube ich, drei verschiedene Zeitungen. In Dallas gab es irgendwie die Dallas Morning News, dann gibt es den Texas Tribune oder so weiter. Und die haben sie alle gehabt. Aber mein Gastvater war auch so ein Business-Typ, der musste das irgendwie lesen. Und ich habe dann immer so, ich war dann in den Nordkurier gewöhnt, wo dann, keine Ahnung, so fünf Seiten Politik, fünf Seiten Regionalberichterstattung, Wetter und dann Lokalteilen, das war es schon. Und allein die Dallas Morning News waren irgendwie so dick wie zwei Zigarettenschachteln jeden Morgen. Und ich habe das dann immer verschlungen. Irgendwann realisiert es doch, die Hälfte ist einfach nur Werbung. Aber ich war immer fasziniert, wie viel man dann alles so tatsächlich machen und schreiben kann. Und das hatte mich eigentlich auch bestärkt, dann weiterhin Journalist zu werden. Was ich dann später, also das wollte ich später nicht mehr machen, aber damals war ich so, wow. Und dann auch durch den medialen Konsum zu Hause, also dort. Also da lief ständig irgendwo ein Fernseher mit CNN oder irgendwelchen anderen Nachrichten. Und dann kam natürlich auch noch der Krieg dazu, wo dann so 24-7 Berichterstattung war. Und dann bin ich in die Daily Show und Colbert-Ecke gekommen und habe mich dann natürlich abends dann auch quasi satirisch mit der Welt beschäftigt. Und so würde ich sagen. Und du hast ja in Deutschland, hast du beim Lokal-Latt, nenne ich jetzt mal, Nordkurier geschrieben. Es gibt ja nur zwei Zeitungen bei uns im Merk-Pom, die Ostsee-Zeitung und den Nordkurier. Die Schweriner-Volks-Zeitung zähle ich jetzt mal nicht mehr so auf. Und wir mussten in der 10. Klasse ein Schülerpraktikum machen, zwei Wochen. Und ich bin lustigerweise nicht bei der Zeitung gelandet, sondern bei der Pressestelle der Stadt. Was im Nachhinein noch absurder ist, aber der Pressesprecher der Stadt ist gleichzeitig einer der, auch immer noch, einer der regelmäßigen Autoren der Zeitung. Was in etwa so wäre, als ob Steffen Seibert immer noch eine Kolumne oder regelmäßiger Autor der Süddeutschen oder der Bild-Zeitung wäre. Total absurd, aber da war das so. Und dann, glaube ich, nach dem ersten Tag bei ihm haben wir eigentlich ständig in der Nachbarschaft gesessen, im Nachbarhaus, bei der Lokalredaktion des Nordkuriers. Und da bin ich dann am Ende geblieben. Also ich habe quasi, pro forma war ich eigentlich Praktikant bei der Pressestelle. Und dann haben sie uns tatsächlich Sachen gegeben, was uns Spaß gemacht hat. Weil ich war jetzt nicht alleine. Und irgendwie hatten wir dann irgendeinen Schreibstil, der gefallen fand. Und sie hatten wenig mit uns zu tun, mussten wenig religieren. Und ich habe dann weitergemacht. So als freier Reporter. Und das habe ich mir dann auch immer wieder erhalten, weil ich habe dann irgendwann auch gesehen und auch gelernt, okay, so ein Redakteur will ich nicht werden. Warum nicht? Ja, wenn du Redakteur bist und dein Chef sagt, du, also heute Abend muss einer zur Stadtratssitzung. Du gehst. Dann kannst du nicht Nein sagen. Oder da ist jetzt nächste Woche ein Dorffest. Einer muss davon hin. Meldet sich einer? Nee, dann gehst du. Und als freier konnte ich immer sagen, nö. Oder ja. Und diese Freiheit habe ich immer geschätzt. Man erinnert sich beim Nordkorea über eine Geschichte, die du gemacht hast, über ein klassisches Konzert. Und man erinnert sich, dass du auf diesem klassischen Konzert warst, eigentlich keine Lust hattest. Und dass dann ein Scheinwerfer runtergefallen ist und du dann quasi über diesen Scheinwerfer eher geschrieben hast. Also dich einen guten Blick dafür hast, was eigentlich interessant sein könnte. Wie hat sich dieser Blick geschärft bei dir? Ich überlege gerade, was war denn das? Ich glaube, ich bin auch nur, ich habe mich nur überreden lassen, über das Konzert zu schreiben, weil meine damalige Freundin einen Auftritt hatte oder so weiter. Und darum bin ich halt mitgegangen, weil es hieß einfach nur, wir brauchen ein Foto. Brauchst nicht drüber schreiben, mach da einfach nur ein Foto. So und am Ende war dann irgendwie so eine Kapelle da oder irgendwie so ein Symphonieorchester des NDR oder so weiter. Und dann war auf der riesigen Bühne ist ein Scheinwerfer runtergefallen und hat es auf dem Kopf von einem Posaunisten oder so gefallen. Und der hatte halt eine richtige Platzwunde. Und der Vater meiner Freundin war Arzt und musste ihn dann behandeln. So, dass ich natürlich den Access hatte zu dem Opfer, Access hatte zu der Veranstaltung, weil meine Freundin irgendwas damit zu tun hatte. Ja, und dann hat sich das alles von alleine geschrieben. Und das war dann, glaube ich, ein Tag später Titelseite, ja. Aber das war einfach nur Glück. Es ist wie bei vielen anderen Sachen. Also ich habe, glaube ich, ein paar, die meisten Titelfotos, Titelgeschichten waren einfach nur Glückssache. Entweder Unfälle und so weiter. Aber vor Ort sein natürlich. Ja, ja. Also nicht einfach nur irgendwo, weil ich finde, das ist etwas, was, das hätte man nicht schreiben können, wenn man nicht da gewesen wäre. Und das machst du ja im Grunde immer noch. Also du berichtest immer noch, indem du dahin gehst, wo die Sachen passieren. Und man hätte es auch nicht schreiben können ohne dieses Foto. Also wenn du das Foto sehen würdest, wie der da sitzt und ihm da auf diese offene Wunde von dem Arzt was raufgedrückt wurde. Und das Blut fliegt über das Gesicht und da sieht es aus, als ob er gerade sterben würde. Auf dieser großen Bühne. Sensationell. Also ohne das Foto wäre das nie so groß geworden. Und ja, das ist halt Reporterglück. Aber genauso hast du zehn verschiedene andere Gelegenheiten, wo nichts passiert. Wo du denkst, okay, das muss ich mir jetzt aber irgendwas aus den Fingern sorgen. Und das Beste war, ich habe es ja fünf oder sechs Jahre gemacht. Und irgendwann gehst du immer wieder zu den selben Stadtfesten, immer wieder zu den selben Dorffesten. Über das Lichterfest hast du wohl gut geschrieben. Das Lichterfest, Stadtfest und so weiter. Du musst gleich mal erzählen, wo du da angerufen hast. Und dann war immer die Herausforderung, weil ich habe dann immer so mir den Artikel vom letzten Jahr angeguckt. Und dachte so, okay, darüber habe ich letztes Jahr geschrieben. Da habe ich mit dem Organisator gesprochen, habe ich mit der Lichterfestkönigin gesprochen und habe mit dem gesprochen. Okay, dann kannst du es ja dieses Jahr nicht normal machen. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, meine Kollegen haben das genauso gemacht. Die haben jedes Jahr den gleichen Artikel geschrieben, nur die Zitate ausgetauscht. Also der Aufbau ist immer derselbe. Gehen halt immer zum selben, weil Zeitsparen als Journalist ist immer dasselbe zu machen. Geh zu dem, geh zu dem und geh zu der. Gut ist, habe ich meine Zitate, kann den Text rausschreiben. Aber ich habe dann in Anspruch gehabt, okay, ich will nicht immer jedes Jahr dasselbe schreiben. Und zwei Jahre geht das, drei Jahre auch. Aber dann so im vierten Jahr. Aber warum wolltest du nicht Journalist dann werden? Also du hast ja BWL und Jura so ein bisschen anstudiert. Ich wollte kein Journalist werden, weil ich Journalismus mit Zeitung verbunden habe. Und Zeitung war für mich erstens, ich habe gemerkt, das kommt ja erst morgen. Also was ich heute schreibe, steht ja erst morgen in der Zeitung. Und zweitens war der große, große Faktor, dass ich keinen Chef haben wollte, der mich zu irgendwas hinschickt, wo ich nicht hin will. Weil ich habe gemerkt, ich mache die beste Arbeit, und das merke ich jetzt immer noch, ist immer noch so. Die besten Sachen sind die, wofür ich mich tatsächlich interessiere. Aber du hast ja schon etwas Obrigkeit oder Hierarchie Ablehnendes, finde ich. Ich bin anti-autoritär, ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Okay, weil ich habe mich gefragt. Vielleicht durch meine Eltern, tatsächlich, ja. Also mein Vater ist auf jeden Fall so ein anti-autoritärer Typ. Der hat sich, als ich aufgewachsen bin, wenn irgendwelche Sachen eskaliert sind, war er derjenige, der dann immer deeskaliert hat. Und die Kampffähne auseinandergetrieben hat und gleichzeitig Ansagen gemacht hat. Hier, jetzt reißt euch mal zusammen. Oder in der Schule, natürlich auch aufgrund meines Verhaltens. Aufgrund welches Verhaltens? Ja. Machst du so einen Nervensack? Ja, weil ich war in der Grundschule, ich war immer der Schnellste und immer am schnellsten fertig und so weiter. Und die wollten mich dann auch immer vorstufen. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, der hat jetzt seine Freunde gefunden. Und das Risiko geben wir jetzt nicht nochmal ein, dass er jetzt ein oder zwei Klassen vorgestuft wird und dann keine Freunde mehr findet. Weil wir hatten im Bekanntenkreis zwei Kinder, die das hatten und die sind total vereinsamt. Und das wollten meine Eltern nicht. Und dementsprechend war ich dann immer, wenn wir keine Aufgaben hatten, die meiste Zeit war ich dann nach der Hälfte oder nach dem Drittel fertig und habe dann Däumchen gedreht und habe natürlich so die anderen abgelenkt. Und dementsprechend wurde ich dann, glaube ich, ab der ersten Klasse immer in die letzte Reihe gesetzt. Immer alleine. Und das hat dann natürlich auch so ein automatisches Spannungsverhältnis zu den Lehrern aufgebaut. Und ich glaube, da kommt das Anti-Autoritäre her. Und man lernt sich dann ja auch durchzusetzen. Man lernt ja dann trotzdem, wie man irgendwie nicht die Mitschüler nerven kann, aber den Lehrer. Und dann lernst du aber auch, dass das konstruktiv, also wenn du konstruktiv bist. Also ich glaube, ich habe gelernt, dass es nicht so ein negatives Stören ist, sondern es kann ja auch einen positiven Input geben. Inwiefern? Wenn man stört und tatsächlich den Lehrer in seinem Ablauf stört, aber nicht die Klasse dadurch stört, sondern irgendwie einen anderen Blickwinkel reinbringt. Ist das das, was du heute auch noch machst? Ich hoffe doch. Das heißt, du bist, also dieses BWL und Jura-Experiment, sollte das irgendwo hinführen oder war das Übersprungshandlung? Ja, da sind wir auch wieder bei Amerika. Ich meine, ich wurde ja auch in dem Sinne amerikanisiert. Ich war der totale Kapitalist. Ich kam wieder, habe nicht verstanden, warum sich die Leute hier aufregen über Hartz IV und so weiter. In Amerika bekommen die gar nichts. Gibt es auch ein bisschen Arbeitslosenversicherung, halbes Jahr, aber danach gar nichts mehr. Ich so, was ist denn daran so schlimm? In anderen Ländern ist es doch genauso. Wer nicht arbeitet, wer nicht arbeiten will. Also ich war da sehr kapitalistisch drauf und eigentlich war es Plan B, eigentlich Plan A war, ich will meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen und ich will schnell Geld verdienen. Und was hattest du für ein Bild von dir? Also was wolltest du mal werden? Wolltest du so unternehmen? Ich wollte, glaube ich, irgendwie hoch hinaus, aber ich wollte, da war mir noch nicht klar, dass ich das unabhängig am besten machen kann, sondern du gehst irgendwo in gefestigte Strukturen rein. So, erstens habe ich dann Bundeswehr gemacht, um mir meine Angst, beziehungsweise meinen Respekt vor der Bundeswehr abzuarbeiten. Panzerbataillon. Aber war irgendwie, war gut. Ich meine, ich war, ich war nicht lustigerweise, obwohl ich so proamerikanisch und teilweise dann tatsächlich pro Krieg war, war ich jetzt kein Fan von Soldaten und Bundeswehr. Und gleichzeitig war dann so, weil damals war ja noch Wehrpflicht und ein Kumpel von mir, der ein Jahr alter war, hatte richtig schlechte Erfahrungen gemacht als Zivildienstleister und dachte so, ach komm, irgendwie Bundeswehr kann ich nichts mit anfangen. Ich überprüfe mal meine Vorurteile und gehe da selbst hin. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Athletic Greens. Da, wo die normale Ernährung und Vitaminsufuhr aufhört, fängt Athletic Greens an. Durch die Zugabe von Mineralstoffen, einem Superfoodkomplex, Präbiotika und Adaptogenen unterstützt Athletic Greens die Kernbereiche der Gesundheit. Die Zutaten von Athletic Greens wurden so zusammengestellt, dass die Lücken in eure Ernährung aufgeführt werden und ist so eine ideale Variante, um eure Nährstoffbedürfnisse komplett zu decken. Das Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie ihr euch ernährt, auch geeignet für Keto, Paleo, Vegan oder welche Unverträglichkeiten ihr gegen bestimmte Lebensmittel habt. Laktosefrei, Glutenfrei. Ob es nun darum geht, das Energielevel zu erhöhen oder das Immunsystem zu unterstützen oder die Darmgesundheit zu verbessern, ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens mal auszuprobieren. Ich habe das im letzten Monat bereits gemacht und ich muss sagen, dass ich den Drink zum einen sehr, sehr lecker finde. Mein Energielevel ist sehr gut gerade, trotz den äußeren Umständen. Aber das Wichtige ist, ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken darüber, ob ich jetzt alles zu mir genommen habe, was ich zunehmen sollte, um gesund zu bleiben. Hier werden meine Grundlagen abgedeckt und das schafft wieder Platz im Kopf und das finde ich sehr, sehr hilfreich. Auf athleticgreens.com slash matze erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Athletic Greens. Mein heutiger Supporter ist BookBeat, eine App, die in den letzten Monaten zwischen Homeoffice, Homeschooling, unzähligen Spaziergängen und dem Weg ins Studio auf jeden Fall ein fester Bestandteil von meinem Alltag geworden ist. Denn ob Neuerscheinungen, Lieblingsbuch oder Klassiker, die Hörbuch-App BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl an Hörbüchern. Wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr in 12 Buchkategorien bereits mehr als 100.000 Hörbücher durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Das Beste daran ist, dass ihr bei BookBeat unbegrenzt hören könnt, ganz egal ob 1, 2 oder 20 Hörbücher im Monat, alles inklusive. Als nächstes werde ich Sarah Wagenknechts Die Selbstgerechten hören, ihr neues Buch 12 Stunden 20 wird das da gelesen. Es geht um Gemeinsinn und Zusammenhalt und natürlich war sie auch schon bei Thilo Jung zu Gast. Ihr könnt auch direkt mal reinhören, denn mit dem Code Hote Matze könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat lang kostenlos testen, so viele Hörbücher anhören, bis euch die Ohren glühen. Einfach auf bookbeat.de slash Hote Matze gehen und los geht's mit einem gratis Hörbuchmonat. Vielen herzlichen Dank an BookBeat und nun zurück zu Thilo Jung. Ab wann ist Jung und Naiv zu dem Ding geworden, dass du wusstest, okay, das ist es. Ich muss jetzt nicht irgendwo im Konzern arbeiten, ich muss jetzt nicht auf einer Uni rumhängen, sondern ich muss nicht irgendwie nach einem Chef suchen, sondern das ist es. Ich mache mein Ding. Als wir damit Geld verdient haben. Wir haben ja, glaube ich, am Anfang haben wir das Modell, was wir jetzt haben, dieses Spendenmodell haben wir ja gar nicht gefahren. Das war mir auch gar nicht klar, dass es in irgendeiner Weise gehen würde. Wann habe ich angefangen? Im Februar 2013. Dann haben wir, glaube ich, eine Menge produziert. Glaube ich so 30, 40 Sachen innerhalb von drei Monaten oder so. Es waren ja auch damals kurze Interviews. Ich habe, glaube ich, so mit zehn Minuten angefangen, weil ich auch damals diese Ideologie von YouTube hatte, okay, die Leute haben nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, glaube ich, ich weiß noch, Folge 28 A bis E mit Sarah Wagenknecht. Und das waren ja so teilweise fünf, zehn Minuten. Und die Leute haben das gesuchtet, haben durchgeguckt. Und da habe ich gemerkt, okay, die Leute würden sich also längere Sachen angucken. Und gleichzeitig wurde über die Sendung immer von allen verschiedenen Medien berichtet. Ja, ist immer eine andere Interviewsendung, toll, anderes Konzept. Und dann kam Joyce auf den Markt. Die wollten so das neue Viva werden oder das neue MTV in Deutschland. Und die wollten noch so ein Politikformat haben. Und dann hat mich die Programmdirektorin damals, Jennifer, angesprochen, ob wir uns das vorstellen konnten. Da warst du schon zusammen, du hast das schon mit Alex damals gemacht. Ja, Tyler ist, glaube ich, so nach zehn oder zwanzig Folgen eingestiegen. Wir haben ja zusammen gewohnt. Und er war ja auch, glaube ich, am Anfang drei, vier Mal in der Sendung, weil er war damals Finanzdienstleister. Finanzdelfin. Ja, das ist der Spitzname. Aber er hat in der Versicherungsbranche und Finanzbranche gearbeitet und hat dann immer so die ganzen Libor- und Euroskandale und Rohstoffspekulationen erklärt, weil wir waren eher so ein Erklärformat. Und mit dem habe ich es dann gemacht, weil ich brauchte dann, nachdem ich so ein kleines Crowdfunding gemacht hatte mit Kameras und so weiter, brauchte jemanden, der da den Knopf drückt. Und auf einmal kam das Fernsehen und meinte so, ja, könnt ihr uns einmal die Woche über die nächsten 13 Wochen oder so eine Folge produzieren, eine halbe Stunde? Und dafür bekommen wir Geld. Ja. Wow. Cool. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir können damit Geld verdienen. Und dann gab es nach der Bundestagswahl, wurde eine zweite Staffel bestellt, wo ich dann auch gelernt habe, aus den Fehlern des Vertrages von der ersten Staffel habe ich dann auch mehr Geld rausverhandelt. Und auf einmal war dann so, okay, ja, du kannst damit sogar gutes Geld verdienen. Ja, und das war dann leider schnell vorbei, weil Joyce dann irgendwann eingebrochen ist. Und dann war natürlich wieder so ein bisschen die Panik groß. Wie geht es weiter? Und dann bist du halt bei Krautreporter gelandet. Genau. Im Nachhinein eigentlich ein großer Fehler. Und dadurch, nachdem das auch ein bisschen intern eskaliert, extern hatte ich dann irgendeinen Shitstorm, wo sich dann mein, der Chefredakteur nicht hinter uns gestellt hat oder sich da gar nicht einmischen sollen, sondern hat uns quasi auch nochmal vor Schienbein getreten und dann wollten wir damit nichts mehr zu tun haben. Gleichzeitig war dieses Krautreporter-Modell nicht das, was sie uns versprochen haben, sondern das war auch so neoliberale Scheiße im Sinne von, hier, ihr liefert und egal, was ihr liefert, egal, was für einen Aufwand ihr hattet, ihr bekommt euren fixen Betrag. Weil wir hatten uns das damals so ausgedacht, dass du eine fixe Summe pro Monat bekommst und machen kannst, was du willst. Stattdessen war das so, ja, hier, 500 Euro für einen Artikel oder so. Und ich musste mir mit der Teilheit das immer noch teilen. Und da konnte man das irgendwie auch nicht finanzieren. Und dann bin ich, weil ich meinen Jahresausweis, also eine Jahrespresseagretierung für den Bundestag haben wollte und bin dann auf Schwierigkeiten gestoßen, so mit Markus Beggedal von Netzpolitik. Und wir so, ja, warum bekommen wir das nicht? Wir sind doch hier auch Berichterstatter. Und ich meine, ich bin im Fernsehen, ja. Wenn der ZDF-Typ das bekommt, warum bekomme ich das nicht? Und da meinte die vom Bundestag so, ja, der ist aber auch Mitglied der Bundespressekonferenz. Ich so, was ist denn das? Ja, ein Hauptstadtverein. Werden sie dann mal Mitglied und dann ist das kein Problem. Da habe ich mich da angemeldet und du musst ja dann auch nur nachweisen, dass du über Bundespolitik berichtest und damit Geld verdienst und dass du journalistisch arbeitest, habe ich gemacht. Bin Mitglied geworden, auf einmal hat es dann mit der Jahresagretierung auch im Bundestag geklappt, damit du halt immer rein und raus gehen kannst. Du brauchst nicht immer dich jedes Mal anmelden, sondern du bist. Bist Teil davon. Ja, nicht Teil davon, aber du hast privilegierten Zugang. Sonst musst du ja, wenn, du hast jetzt ja keinen, du musst einen Bundestagsabgeordneten fragen oder jemand, der dich reinlässt. So, ich habe halt Zugang. Und gleichzeitig war ich dann nur Mitglied in einer Bundespressekonferenz. Also ohne, dass das irgendwie ein Plan war, sondern okay, nice to have. Und erklär mir, wie die Firma jetzt ist. Also die Firma, das bist du oder das ist Arbeit? Wir haben jetzt eine Firma gegründet, weil wir auch so ein Studio haben und so weiter. Und Tyler ist jetzt ja auch irgendwie Vater und wir haben uns irgendwie entschieden, okay, lass uns dann mal lieber uns so ein Gehalt auszahlen, damit es ein bisschen... Also du und Alex Tyler, ihr seid quasi... Die Firma. Eine GmbH oder was? Wir haben eine GmbH gegründet, ja. Genau, ihr beide seid, euch beide gehört... Das ist alles unser, ja. Und wir haben dann noch eine Redakteurin und Hans ist unser, sag ich mal, so freier Mitarbeiter. Er ist ja, kommt ja von der ARD, ist schon in Pension, aber ist immer noch so... Fantastischer Typ. ...gut drauf, dass der quasi ständig bei uns abhängt. Und lässt sich natürlich jetzt nicht irgendwie einspannen und sagen, hier, kommen wir dich jetzt anstellen oder irgendwie so ein freies Mitarbeitergehalt, aber gleichzeitig haben wir ihn so ein bisschen fürs Internet radikalisiert. Er konnte vorher damit nichts anfangen und dann, jetzt ist er Teil davon. Also ihr seid zu viert, quasi. Würde ich sagen. Das ist so das Stammteam, ja. Aber ich habe noch so Freunde wie Robert und so weiter, die helfen dann so von außen mit, aber ja, das Stammteam ist zu viert, ja. Und also am Anfang, du hast dieses Format gemacht, das habe ich damals auch mitbekommen, du hast diesen Grimme-Preis bekommen und ah, hier macht jemand was ganz Neues, Internetfernsehen und das ist ja ganz aufregend, neues Format, andere Art und Weise und so weiter und so fort. Und das war eine, finde ich, wie ich das damals mitbekommen habe, schon eine große Respekt und Befürworten und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du ja, die Zeit genannt ist letztes Jahr, eine Reizfigur geworden. Die Reizfigur Thilo Jung. Was ist da passiert, dass irgendwann der liebe Wuschelkopf plötzlich nicht mehr so wahrgenommen wurde? Also das ist meine Beobachtung von außen. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst. Ja. Nimm es auch so wahr. Ich habe eine These für dich, kannst du mal sagen, ob du die sinnvoll findest. Bevor wir nicht in einem Teil der Bundespressekonferenz waren und nur unseren jungen Naiv-Kram gemacht haben auf YouTube und dann in dem Fernsehen, womit man sich nicht auseinandersetzen musste als Medienvertreter, da waren wir dann, oh, ist er süß, toll, innovativ, toll, nervt uns nicht, super, die jungen Leute haben ja was zu tun, schön. Und dann wurden wir Teil der Bundespressekonferenz und auf einmal habe ich dann da Fragen stellen können und habe Fragen gestellt und habe da gelernt, wie man dort Dinge anders machen kann oder anders fragen kann. Und auf einmal haben wir unsere Kollegen genervt, weil in der Bundespressekonferenz muss ich meinem Kollegen von der dpa, von der Bild, vom Spiegel zuhören, wie sie ihre Fragen stellen und sie müssen mir aber auch zuhören. Und wenn da halt einer wie ich sitzt, der halt zu mehreren Themen Fragen stellt, wo die Kollegen sagen so, was soll denn das schon wieder? Oh, das stehlt uns jetzt schon wieder die Zeit. Das hat den Stimmungsumschwung gehabt. Also, jetzt wo du das ansprichst, ja, also vor der BBK haben wir alle unsere Preise bekommen und seitdem wir da teil sind und den Betrieb an sich nerven, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ob sie genervt sind, aber seitdem wir die Kollegen nerven, sind wir halt, bin ich halt eine Reizfigur, weil ich die halt nerve. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, ich passe mich dem so ein bisschen an, also so, ich hole mir auch mal so ein Jackett. Äußerlich anpassen, ich meine das innerlich anpassen. Nee, beides, also beides. Es ist ja auch passiert, würde ich sagen. Ich meine, ich frage jetzt ja nicht mehr so naiv oder unbeholfen wie am Anfang meiner Zeit in der Bundespreiskonferenz. Du lernst ja auch irgendwann dazu. Du lernst ja auch, wie du Fragen stellen musst, sodass du eine Antwort bekommst. Oder wie du irgendein Thema ansprichst, damit du eine Frage bekommst und nicht irgendwie erstmal ein Co-Referat hältst und irgendwie in einer Frage eigentlich vier verschiedene Fragen stellst und der Sprecher oder die Sprecherin oder der Politiker sich dann von diesen vier Fragen eine aussuchen kann und du dann danach keine Nachfrage mehr hast. Also ich passe mich da schon an und ich habe dann auch gelernt, weil früher, man ist ja in der Bundespreiskonferenz so, du meldest dich, du meldest ein neues Thema an und ich habe dann früher immer so, ja, gleich am Anfang mich gemeldet und habe dann irgendein aus Sicht der anderen so ein Fringe-Thema, nehmen wir jetzt mal Beispiel Rammstein oder so, mit US-Drohnenmorde. Und das habe ich dann am Anfang irgendwie gebracht und die Leute und dann habe ich irgendwann gelernt, okay, die Kollegen nervt eigentlich eher, dass das am Anfang passiert. Wenn das so am Ende ist, dann können die auch gehen, weil der Rest wurde alles abgeräumt und das habe ich dann irgendwann gelernt, okay, ich frage am Anfang nur zu den Dingen, zu denen die anderen auch fragen, so irgendwie jetzt gerade Corona oder so, dann frage ich mit. Okay, so hast du dich dann schon angepasst. Und meine Themen bringe ich dann am Ende ein, so hat man sich dann mittlerweile angepasst. Früher war das dann natürlich immer das Reiz-Thema, was soll denn das schon wieder, muss das jetzt schon wieder sein? Also da ist man sich schon entgegengekommen. Ich habe aber trotzdem so das Gefühl, dass der Medienbetrieb im Allgemeinen und aber auch der Politikbetrieb, dass du eigentlich so ein, Verachtung ist ein großes Wort dafür, aber so, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich denke, wenn ich dich so sehe, also ich meine, ich erinnere mich irgendwie, ich weiß nicht mehr, also es ist auch wirklich lange her, Bild von der Pressekonferenz und niemand ist da von den Pressevertretern und da ist dann so, geht los, keiner da. Also es ist ja schon auch so ein bisschen vor die Tür kacken, also vor eine Allgemeinheit des politischen Hauptstadtjournalismus. Naja, aber bevor wir dort diese Sachen aufgenommen haben und auf YouTube gestellt haben, war das ja immer so eine Veranstaltung so unter Ausschuss zur Öffentlichkeit. Das Einzige, was so ein bisschen veröffentlicht wurde, war das Protokoll. Und in dem Protokoll kannst du nicht lesen oder mitbekommen, wie das gesagt wurde und auf welche Art und Weise das formuliert wurde und wie die Tonlage war. Also es ist was anderes als Video und Audio. Und als wir dann auf einmal angefangen haben, das in Gänze online zu stellen, das war natürlich auch dann so, war auch gleich eine Diskussion so, was ist denn das? Also man geht doch hier nur hin, um quasi für sich selber was rauszuholen als Journalisten, O-Ton oder so weiter und dann gehst du wieder. Und für alle war das irgendwie eine Herausforderung, also für die Regierungsseite, aber auch für den Verein, wie das stellt jetzt einer komplett online. Und es war eigentlich verboten, aber gleichzeitig war das so, okay, darauf ist bisher in 55 Jahren keiner gekommen. Aber gleichzeitig konnten sie es natürlich uns nicht verbieten und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, so okay, das gibt es ja noch gar nicht. Also das wusste ich ja nicht, aber okay, es gibt es nirgendwo und okay, dann machen wir das. Und gleichzeitig haben die Leute dann auch so gesagt, ja, also du musst uns jetzt nicht nur die Dinge zeigen, wozu du gefragt hast, du kannst uns auch gleich alles zeigen. Und wir dann auch so, ja. Aus Transparenzgründen macht das Sinn. Es ist arbeitserleichternd, weil dann hast du weniger zu schneiden. Ja, warum dann eigentlich nicht? Und dann haben wir das, wir haben glaube ich gesagt, so okay, wir machen das jetzt mal drei Monate und gucken mal, ob wir das in irgendeiner Weile finanzieren können. Wir haben hier mal ein Spendkonto eingerichtet. Wenn wir nach drei Monaten merken, okay, da kommt so viel zusammen, dass es sich für uns lohnt, diese Arbeit zu machen, dann machen wir das weiter. Und glaube ich, nach dem ersten Monat war schon genug drin, dass wir davon dann leben konnten mit den Interviews zusammen. Was ist deine Definition von Journalismus? Also was ist für dich ein Journalist, eine Journalistin? Du hast dich ja selbst, man nennt sich ja selbst Journalist im Grunde, kann man sich selbst so nennen. Ja, ist ein Dokumenteur der Zeitgeschichte. Also wir dokumentieren, was in der Welt passiert. Und wir sind keine Historiker, die quasi im Nachhinein Dinge einordnen und wahrscheinlich auch besser vergleichen können und tatsächlich sagen können, sowas wirklich, sondern wir sind die jetzt im Hier und Jetzt, die Echtzeithistoriker. Und alles andere kannst du dann davon ableiten, ob du jetzt ein Investigativjournalist bist, ob du Nachrichtenreporter bist, ob du Hintergrundstücke schreibst oder Kolumnen, aber im Grunde würde ich es darunter zusammenfassen. Du bezeichnest dich auch als Chefredakteur. Freier Chefredakteur. Freier Chefredakteur. Das war aber schon vor jung und naiv. Also das war, glaube ich, mein Claim auf Twitter. Warum? Das war einfach nur... Das ist ein Gag? Ja, das war ein Gag. Okay. Ja, weil es gibt natürlich keinen freien Chefredakteur. Du kannst ja nur Chefredakteur sein, wenn du irgendwo bist. Aber im Grunde bin ich mittlerweile ein Chefredakteur, ja. Ja, auf der einen Seite aber natürlich ist es ja auch, also was sonst. Genau. Also dadurch, dass es dein eigenes Ding ist. Wie schaust du auf den Journalismus, der gerade in Deutschland passiert, dem politischen Journalismus? Er langweilt mich. Also gerade der politische Journalismus, wenn wir jetzt mal ein bisschen Corona abziehen, da können wir separat drüber reden. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so in den alten Medien, Fernsehen, Zeitung, Radio immer noch dieselbe Art und Weise zu berichten Standard ist. Also wie ich vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, mich in irgendeiner Weise für Politik zu interessieren, ist das heutzutage immer noch so. Die Tagesschau sieht zwar jetzt ein bisschen moderner aus, aber läuft immer noch so, wie es vor 20, vor 40 Jahren war. Aber die Kanzler-Duelle und Kanzler- oder diese ganzen Wahl-Sendungen sind immer noch genau so aufgebaut wie vor 20, 25 Jahren. Andere Nachrichten, andere Politik-Magazine funktionieren auch immer noch so. Also keine Ahnung, ich gucke gerne Monitor von Georg Restle. Die haben eine halbe Stunde Sendezeit und machen immer noch drei oder vier Beiträge pro Sendung. Anstatt, okay, der Beitrag braucht jetzt mal eine Viertelstunde. Wir machen einfach zwei Beiträge in einer Sendung. Nein, es muss immer dasselbe Schema, dasselbe Format sein. Genauso in der Tagesschau. Es darf nicht länger als, nicht kürzer als 90 Sekunden sein, der Beitrag, aber auch nicht länger als zwei Minuten. Also muss die Realität in dieser Zeit abgebildet werden. Und das haben sie einfach ins Internet verlagert. Also da ist dann, okay, das wird immer noch als Zweitverwertung gesehen. Anstatt das Internet als Möglichkeit zu sehen, okay, da gibt es keine Zeitbegrenzung, da gibt es keine Zeichenbegrenzung. Nutzt doch die Tiefe, die euch da angeboten werden kann und surft nicht nur auf der Oberfläche des Ozeans Internet. Aber du hast ja auch eine Formattreue, also zu deinem eigenen Format. Also dein Format ist ja auch, wenn du jetzt sagst Monitor, das ist dann immer das und das und das. Oder die Tagesschau, die Tagesthemen sind immer so und so. Also mit deinen Interviews hast du ja auch eine Art und Weise etabliert, die du auch, natürlich jetzt irgendwie mit einem Studio und es wird ein bisschen, es ist jetzt nicht mehr das Puschelmikrofon, sondern und so. Also natürlich entwickelt sich das weiter, aber das Format finde ich auch gleich, also konsistent, würde ich sagen. Ja, aber im Vergleich zu was? Also sowas gibt es ja sonst nicht. Und das Lustige ist ja, das, was ich mache, gab es ja früher auch. Also Vorbild ist mal Günter Gauss. Der hat ja auch in den 60ern schon damit angefangen, diese 1 zu 1 Interviews zu machen. Und im Grunde ist natürlich auch jung und naiv so eine Reaktion auf die Talkshows, die behaupten, politischer Journalismus zu sein, beziehungsweise eine politische Debatte abzubilden. Am Ende ist es aber ein Theater oder ein dramaturgisches Schauspiel, was dort abgezogen wird. Und ich mag und fand es immer früher schon produktiver. Da war dann lustigerweise Sandra Maischberger eines meiner Vorbilder, die hat ja auch bei NTV immer diese 1 zu 1 Interviews gemacht. Und das fand ich immer viel ergiebiger. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das die Leute auch tatsächlich interessiert. Und ich bin jetzt ja, mein Format ist ja auch nicht starr. Also ich, die Interviews entwickeln sich ja auch weiter. Also das Interview von gestern ist jetzt auch ein ganz anderes, als was ich vor drei Jahren geführt hatte oder vor sieben Jahren geführt hatte. Also ich baue Interviews anders auf. Weil ich meine, ich kann ja auch nicht mit meiner Figur, die sich natürlich auch verändert hat, nicht stehen bleiben und immer wieder beim Urschleim anfangen. Ja, also das ist da im Format, was passiert. Aber der Rahmen, das meine ich damit. Also weil du das kritisiert hast, dass der Rahmen der anderen Medien so gleich ist. Aber die könnten ja auch sowas ähnliches machen. Die können ja auch sagen, okay, erstens, wir schicken auch mal junge Leute in die Bundespressekonferenz. Die fragen halt auch mal drauf los. Wir machen, wir geben denen hier eine Sendung, Sendezeit, Podcast und so weiter, wo sie die Sachen machen können. Und wir helfen denen, die Leute zu bekommen, weil wir die Tagesschau sind. Bei uns kommen die Politiker und alle möglichen hier. Aber letzten Endes ist es doch eigentlich für Menschen wie dich und auch für mich ja super, dass es so. Also dadurch ist es ja, gibt es ja den, ich freue mich ehrlich gesagt immer eher und denke so, naja. Ja, es ist natürlich auf einer Seite gut. Du hast wenig Wettbewerber, wie man so schön sagt. Aber gleichzeitig fände ich es für den Journalismus und die Medienlandschaft und für unsere Demokratie von Vorteil, wenn es noch 10 oder 20 andere gäbe. Würdest du die unterstützen? Ich würde sie nicht bekämpfen. Gute Antwort. Jetzt hast du über 500 Gespräche geführt. Was möchtest du von deinem Gegenüber erfahren? Was das für ein Mensch ist? Also wie der oder sie wirklich tickt und woher? Das, was sie sagen, kommt. Das, was sie sagen oder das, was sie sind? Was sie sagen. Weil ich will nicht bewerten und ich will auch nicht kritisieren, was sie sind. Das möchte ich nicht, dass das mit mir passiert. Aber gleichzeitig kannst du das kritisieren oder dich damit auseinandersetzen, was sie sagen und gegebenenfalls, wie sie handeln. Und das ist in der Politik das Wichtigste. Es ist in unserer Demokratie scheißegal, wer die Leute sind, die die Entscheidung treffen. Es ist nur wichtig, was sie für Entscheidungen treffen und wie sie die Entscheidung treffen. Und ich habe in meinem Format die Möglichkeit, den Leuten abseits der inhaltlichen Diskussionspunkte, die ich natürlich auch führe, den Leuten klarzumachen, okay, Robert Habeck findet jetzt, okay, wir können mit unserer Art von Kapitalismus nicht mehr weitermachen. Aber warum? Warum? Ist ja immer klar, seine Gründe und so weiter kann er dann ja aufklären. Aber wie kommt der überhaupt darauf? Also wie ist der überhaupt hingekommen? Wie kommt man auf diese Gedanken? Weil in der Regel ist so der Politikbetrieb, der zoomt doch ganz selten raus. Und warum schafft der das auf einmal? Ja, ich habe irgendwann gelernt, glaube ich, auch durch Interviews selbst, das war ja auch kein Masterplan, dass wenn du über das Biografische kommst, du viel mehr den Menschen dahinter kennenlernst. Und dann ist es natürlich auch eine Interviewtechnik. Also wenn du auf Länge gehst und erst im ersten Teil über die Person sprichst, über deren Biografie, dann ist eigentlich jeder, außer vielleicht ein AfDler, ehrlich. Und jeder von uns weiß am besten über seine Biografie Bescheid. Das heißt, du bist dir da sicher, dass der, der dich gerade interviewt, nicht besser über deine Biografie Bescheid weiß. Dementsprechend kannst du relaxed sein und so erzählen, wie es war. Wie du, wie es für dich war. Genau. Wenn du in dieser Stimmung dann bist in einem Interview und dann eine halbe, dreiviertel Stunde so ganz locker und selbstsicher geredet hast und ich dann auf einmal wechsle und in die politischen Themen und in die Debatten und zu kontroversen Fragen komme, dann überlegt sich, glaube ich, jeder interviewte zweimal, ob er jetzt den Modus ändert. Weil im Hinterkopf hat jeder von uns, okay, wenn ich jetzt anders antworte und anders agiere, dann hört jeder aus dem Publikum, scheiße. Da hat er jetzt gerade nur so geredet. Und auf einmal redet er so, kurze Sätze, Schachtelsätze, der Quatsch wieder ganz komisch. Da merkt jeder, ohne vielleicht inhaltlich folgen zu können, das ist jetzt ein anderer Mensch. Dem traue ich nicht. Und ich behaupte, jeder Mensch, der einigermaßen intellektuell was drauf hat, weiß das und versucht das zu verhindern. Dementsprechend ist dann eine Interviewsituation dann meistens besser, weil man sie dann, glaube ich, ehrlicher erwischt, als wenn man gleich damit einsteigt. Bei welchem Gespräch ist bei dir richtig was passiert? Also bei welchem Gespräch hast du gemerkt, jetzt verändere ich mich gerade und jetzt... Ich mich? Also weil du eine neue Sicht vielleicht entdeckt hast, die du vorher nicht hattest? Könnte ich dir jetzt nicht sagen. Ich ärgere mich meistens dann immer nur über mich selbst, weil ich irgendwie entweder hätte eskalieren lassen können, um irgendwas auf die Spitze zu schreiben oder weil irgendwas eskaliert ist und ich es eigentlich hätte schon vorher merken müssen und so weiter. Also es gab ja immer diese Szene mit Bodo Ramelow, der aufgestanden ist und gegangen ist, wo ich im Nachhinein mir dachte, okay, hätte ich vielleicht verhindern können. Und auf der anderen Seite sagt der Teufel auf meiner Schulter, war doch geil. Also gut, dass ihr euch da so gekabbelt habt und aneinander geraten seid, weil das hat natürlich dann einen Seltenheitswert. Und da fällt dir was ein. Ich hatte bei dir das Gefühl, dass bei Maya Göpel ein bisschen was passiert ist, also dass da so ein paar... Ja, weil die ja so ordentlich an den Synapsen so dreht. Und ich glaube, es war das letzte Interview, nee, vorletzte Interview mit Richard David Precht. Also eigentlich dann in dem Moment, wo es weg von der wirklich Politik geht, sondern eher in die Philosophie geht, dass du da so... Also ich merke es bei dir manchmal, wenn die Haltung sich verändert, wenn ich deine Sachen gucke. Also du hast bei einem Politiker oder bei jemandem, wo ich meine als Zuschauer, na, da hast du so ein bisschen, dem bist du jetzt nicht ganz so wohlgesonnen vielleicht. Und du bist bei einem Richard David Precht, hast du irgendwie eine andere Körperhaltung. Ist aber auch eine Interviewtechnik. Also dem Gegenüber klarzumachen, okay, also wenn man selbst relaxed ist, gibt man natürlich auch eine gewisse relaxte Art und Weise zurück. Weiß ich nicht, Jan-Maja ist ein tolles Interview, aber ich erinnere mich jetzt daran nicht. Magst du deine Gesprächspartner in der Regel vorher oder nachher mehr? Nachher. Weil man sie dann besser kennt. Ja. Bei manchen ist es kein Unterschied. Also da kann ich mir im Vornherein nicht vorstellen, da ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken und im Nachhinein dann auch nicht. Und manchmal ist es dann wirklich so, okay, ja, hier kommt, wir tauschen mal Nummern aus. Lass uns mal öfter mal irgendwie treffen, Hintergrundgespräche führen. Aber ich sag dir jetzt nicht, bei wem das ist. Nee, das klappt, also das möchte ich auch nicht. Also wann war das für dich ein... Also bei mir geht es so um Erkenntnisgewinn. Also eigentlich so, entweder möchte ich die Personen besser kennenlernen oder wissen, okay, ich kenne den Typen, der mir jetzt gerade gegenüber sitzt. Ich kenne jetzt vom Bildschirm und sehe den da mit seinem Puschelmikrofon und will rausfinden, was ist das für ein Typ, wo kommt der so her? Oder es gibt, bestenfalls erfahre ich aber auch noch etwas, also gibt es eine Erkenntnis, die ich vorher nicht hatte. Nicht nur unbedingt über die Person, sondern über eine Sache. Und wenn ich das hatte, dann gehe ich raus und denke, super. Und ärgere mich, wie ich dir auch vorher gesagt habe, wenn es bei Personen nicht klappt, wenn ich dann rausgehe und denke... Es kommt aber darauf an, also bei so ExpertInnen und WissenschaftlerInnen und so weiter, die was zu sagen haben, die was erklären können. Da gehe ich mit voller Neugier rein und schreibe mir auch vorher auf, was mir alles einfällt, was man irgendwie fragen könnte. Und dann kann man wirklich naiv losfragen. Bei PolitikerInnen ist das etwas anderes. Da weiß ich ja dann schon, wie die inhaltlich positioniert sind und wie man diese inhaltlichen Punkte dann entweder angreifen kann oder hinterfragen muss. Oder sie dazu bringen muss, zu erklären, warum das aus ihrer Sicht sinnvoll ist. Also das trenne ich dann schon. Bei PolitikerInnen ist es dann meine Aufgabe, dort auch zu hinterfragen. Ich brauche jetzt bei Maya Göpel oder irgendeinen Klimawissenschaftler jetzt nicht nochmal fragen. Ist das eigentlich wirklich so, wie du meinst? Da gehe ich davon aus, dass die Leute auch glauben, okay, wenn wir uns jetzt einen Klimawissenschaftler geholt haben, der weiß, wovon er spricht. Und ich habe das, also ein Gespräch ist natürlich in meinem nahen Bekanntenkreis sehr viel besprochen worden, ist das Gespräch mit Philipp. Und also weil es ein sehr, sehr guter Freund ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vielleicht weißt du es. Philipp Siefer von Einhorn und Olympia. Und das habe ich in der Vorbereitung auch nochmal angeguckt. Und da ist mir auch diese Körperhaltung nochmal bewusst geworden, wie anders die dann wird. Und wenn du, mein Gefühl zumindest, das hat auch jemand drunter kommentiert, du das Haar in der Suppe suchst. Ich fand, die Suppe war voller Haare, darum musste ich die nicht suchen. Aber ich meine, das war ja eine Situation, wo die sich bei mir gemeldet haben, ob ich das Interview führen würde. Und ich, das war ja damals diese Olympiastadionsgeschichte und ich fand das an sich interessant, habe das kritisch beäugt, war aber noch nicht sicher, wie ich das finde. Und dann kam halt über mittels Männern oder mittels Frauen die Anfrage, ob ich mir das mit Philipp vorstellen kann. Und ich dann, na klar. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch herausgefordert, weil ich mir denke, wird ja einen Grund haben, warum sie mich fragen. Weil sie glauben, okay, bei dem können wir uns darstellen. Der wird doch auf unserer Seite sein und das wird doch ein schönes Interview. Also habe ich erstmal den Anspruch, das denen da nicht so leicht zu machen. Freust du dich über das Haar, wenn du das findest? Nee. Nee. Darum geht es mir nicht. Aber wie habe ich es aufgezogen? Ich habe es natürlich so aufgezogen, dass wir über Einhorn an sich gesprochen haben und seine Motivation und was man dort, was man als Unternehmen anders macht, was tatsächlich anders ist. Und gleichzeitig, wenn sie da eine gewisse Revolution ausrufen, kann man ja auch daran erinnern, dass die teilweise sehr inkonsequent umgesetzt wird. Also wenn alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Marketingteams zu Einhorn gehören und da demokratisch entschieden wird. Aber die Leute, die sich am anderen Ende der Welt den Arsch aufreißen und aus deutscher Sicht einen Hungerlohn arbeiten müssen, nicht zum Unternehmen gehören. Dann kann man ja wenigstens mal hinterfragen, warum das so ist oder warum die Putzfrau, die dort ständig in den Takt putzt, dann auch nicht dazu gehört. Das hat ja dann auch irgendwie Gründe. Und gleichzeitig habe ich natürlich das gut gefunden, aber das muss ich jetzt dem Zuschauer nicht sagen. Also es wäre ja glaube ich scheiße, ein Interview zu führen, wo ich dann sage, Matze, ey, ich finde die Sachen toll, die du machst, aber lass uns mal jetzt mal so tun, als ob ich das kritisch sehe. Nein, da muss ich natürlich das kritisch angehen und gleichzeitig darauf vertrauen, wenn ich dann mit jemandem zu tun habe, der von dem überzeugt ist, was er da macht und meint zu verstehen, was er da macht. Dann bin ich auch der Überzeugung, dass man das dann auch plausibel erklären kann und auch auf kritische Fragen oder Nachfragen oder Erklärungsfragen antworten kann. Und das ist dann aber sein Problem, wenn er das nicht kann. Und die andere Hälfte war ja zum Thema Olympiastadion, was sie tatsächlich kritisch gesehen hatte. Und die Sachen habe ich ja dann auch angesprochen. Und wenn er dann auch noch so rumeiert und teilweise hanebüchene Antworten gibt, die ich ja dann nicht provoziert habe, sondern einfach nur, ich meine, die Nazi-Frage war ja nur das eine. Was soll ich denn da machen? Also soll ich dann ihm sagen, okay, du, dir ist gerade klar, dass du gesagt hast, Nazis sind willkommen. Das müssen wir jetzt mal rausschneiden. Oder Philipp, das kannst du jetzt nicht sagen, sondern da muss ich dann natürlich dranbleiben. Und ich bin ja nicht sein Betreuer, ich bin ja nicht sein Kinderbetreuer, der ihm sagt, du hast jetzt da Scheiße gebaut, sondern ich gebe ihm dann einen Ausweg und nochmal sagen, okay. Ich habe sie dann weitergemacht, so okay, klar, Nazis sind willkommen, wenn sie konstruktiv daran mitarbeiten, das könnten ja alle behaupten. Und da kann ich ja nichts dafür, dass er dann nicht realisiert hat, okay, ich habe gerade einen sehr dummen Satz gesagt, sondern der gräbt sich dann ja noch weiter ein. Dafür kann ich ja dann nichts. Bist du als Interviewer, weil du hast auch gesagt ganz am Anfang, dass das so dein Talent ist, bist du besser gefühlt, wenn du die Person schon vorher verstehst oder wenn du die eigentlich eher das Gefühl hast, du verstehst die nicht richtig? Ja, das ist das Zweite. Also wenn ich nicht weiß, was mich erwartet, dann glaube ich, das sind die besseren Interviews. Das letzte Beispiel war mit Tim Höttges hier von der Telekom. Da wusste ich nicht, wie der Typ wirklich ist. Ich kannte den nur aus seinen PR-Filmchen und war gespannt, wie da so drauf ist. Und dementsprechend kannst du mit einer gewissen Neugier reingehen im Vergleich zum vierten Interview mit Jens Spahn. Das interessiert dich dann nicht mehr so sehr, der Jens Spahn? Da interessiert mich dann nicht mehr das Biografische, weil ich das ja schon durch hatte. Du hast das schon durch, ja. Also kann ich dann wirklich inhaltlich einsteigen und da kann ich dann auch einen anderen Stil fahren. Also da brauche ich nicht, ich gucke mir natürlich auch an, was andere denn oder wie er mit anderen Medien umgeht und wie er dort agiert. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss man ihm mal ein bisschen versuchen zu grillen und ihm da mal ein paar grundsätzliche Sachen vorm Karren werfen, dann mache ich das. Das heißt aber nicht, dass ich im nächsten Interview das genauso mache, sondern ich gucke. Was möchtest du am Ende, wenn das Gespräch fertig ist, erreicht haben? Dass ich ein Interview geführt habe oder dass man ein Interview gehört hat, dass man so sonst nirgendwo gehört hat. Warum ist dir das wichtig? Ja, sonst kannst du ja, also ich möchte ja eine Sendung haben, wo die Leute sagen, okay, ich höre mir ein Interview an und teilweise weiß ich noch nicht mal, wer der Typ ist, der Gast oder die Frau, die da mit dem redet. Aber weil Thilo mit dem redet, wird es ein interessantes Interview. Und das gewährleistet man, wenn man es halt immer schafft, selbst mit den Leuten, die man kennt, ein Interview zu führen, wo man im Nachhinein sagt, wow, habe ich jetzt aber auch einiges gelernt über den Menschen. Du bist, wir haben das erst schon gesagt, für den einen oder anderen Journalisten eine Reizfigur. Was bist du für die PolitikerInnen? Auch natürlich eine Reizfigur und ein Risiko. Ein personifizites Risiko. Dennoch kommen sie zu dir. Das ist mein Glück. Warum kommen sie zu dir? Ja, weil wir mittlerweile eine gewisse Reichweite haben, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen schick ist, bei jungen Naiv gewesen zu sein. Ja. Und weil wir eine Relevanz haben. Und wie die Relevanz, das wird uns ja gesagt. Ich meine, am Ende kann ich das ja nicht schaffen. Die könnten ja auch irgendwie entscheiden, uns zu ignorieren. und das, was wir publizieren. Aber wenn uns aus den Ministerien und auch aus dem Bundestag gesagt wird, naja, klar gibt es viele politische Formate und so weiter und Podcasts und so weiter. Aber im Grunde interessieren uns nur die beiden Sachen. Auf die achten wir bei der Presseschau, was die Sachen schreiben. Und wenn wir dazugehören, ist das ja nicht schlecht. Weil am Ende denke ich, wir sind da ziemlich Außenseiter, auch politische Außenseiter, weil wir ziemlich links stehen. Das ist dann schön. Möchtest du gemocht werden? Nö. Da habe ich irgendwann aufgehört. Das kenne ich ja seit dem Kindergarten. Also seit dem Kindergarten bin ich eine polarisierende Figur. Sogar seit dem Kindergarten? Ja, ich weiß noch, Frau Kelm, wie oft die mit meinen Eltern geredet hat. Was hat die, warum? Keine Ahnung, weil Thilo da an den Haaren gezogen hat oder dem Mädchen Kaugummi in die Haare geschmiert hat. Oder weil er doch wieder länger auf dem Hof war als alle anderen und sich versteckt hat. Und wir dann erst festgestellt haben, 20 Minuten nach dem Zählen, dass einer fehlt. Und ich habe mich dann nach Tschechig gefreut, dass ich wieder alle überlistet habe. Also ich war schon immer für, sage ich mal, die Autoritäten, mit denen ich da zu tun hatte, immer eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass nichts Schlechtes ist. Also ich war, glaube ich, immer ein guter Störer. Ein produktiver Störer. Ja, also ich war nie bösartig und habe es irgendwie, also ich mache das jetzt, damit die eine auf den Sack bekommt oder sich richtig ärgert. Sondern ich denke mir was dabei und habe das dann quasi durch die, keine Ahnung, Streiche und alles mögliche in der Schulzeit gelernt. Und mittlerweile, ich weiß das ja auch, dass ich hier im politischen Betrieb ein Störfaktor bin, eine Reizfigur. Aber ich versuche das, ich versuche den Betrieb oder unsere Demokratie besser zu machen. Und ich sitze ja in der Bundespressekonferenz nicht da, um mir da eben einen runterzuholen, wie toll, was für eine moralische und politische Vorstellung wir haben und wie scheiße die Regierung ist. Sondern wir nehmen die Regierung ernst. Die Regierung behauptet mit Herrn Seibert und Frau Merkel, dass sie die transparenteste Regierung aller Zeiten sind. Dass sie allumfassend über ihr Handeln aufklären und dann sagen wir, gut, dann überprüfen wir das mal. Und im Grunde zeigen wir, wie transparent die Bundesregierung ist. Also ich habe dich gefragt, ob du gemocht werden willst und hast du gesagt, nicht mehr. Und dass das schon die Polarisierung zurück bis zum Kindergarten geht. Irgendwann hast du ja so, okay, du bist dein ganzes Leben oder deine Kindheit ist immer polarisierend. Und jetzt neuer Lebensabschnitt, jetzt machen wir es mal ganz anders. Keiner kennt mich, okay, jetzt geht es vielleicht anders. Das wolltest du schon auch am Anfang. Ja, ich war ja noch jung und dachte so, okay, das kann man dann bestimmt mit einem neuen Lebensabschnitt ändern. Dann kommst du in eine neue Stadt, keiner kennt dich, Neustart. Aber irgendwann realisierst du, okay, das ist... Das bist du. Das bin ich. Und das ist im Kindergarten so gewesen. Und das war das Ding, es war mir nie einer böse. Also ich war immer so, meine Lehrer hat mich immer Thilo Ollenspiegel gerufen. Ich war immer so ein bisschen der Faktor X, aber gleichzeitig waren alle froh, dass sie mich haben. Und selbst so in der Highschool-Zeit. Ich meine, ich war da einer von 3000 Schülern und trotzdem kannte mich am Ende des Jahres in dieser fucking texanischen Highschool jedes Schwein. Obwohl ich jetzt irgendwie nichts Besonderes gemacht habe. Und... In welchen Momenten fühlst du dich unterlegen? Ständig. Ja. Ich will mich ständig unterlegen. Also in Interviews. Das ist aber auch... Das ist ja dann gleichzeitig aber auch gut für die Interviewsituation. Weil ich will ja nicht von oben herab. Ich will auch nicht, so wie ist es mein Eindruck, bei den meisten anderen, zumindest medialen, großmedialen Journalisten, auf Augenhöhe agieren. Ja, also wenn Olaf Scholz jetzt ist, dass ich genauso schlau und auf der Höhe bin wie er. Sondern ich will auf dem Niveau des Publikums agieren. Und das Publikum weiß in der Regel weniger als der Politiker oder die Politikerin. Und dementsprechend muss ich von der Perspektive fragen. Aber die Perspektive nimmst du ja ein. Die nimmst du ja ein, obwohl du ja mehr weißt. Also das ist ja, du bist ja... Es ist ja auch eine Figur, die du dann immer weniger, glaube ich, so spielst langsam. Aber so dennoch nimmst du ja diese Haltung ein. Du bist ja eine bewusste Entscheidung zu sagen, eigentlich bin ich ja nicht unterlegen. Ich nehme die unterlegene Figur ein. Aber wann fühlst du dich wirklich unterlegen? Das passiert tatsächlich immer noch in jedem Interview. Ich muss es nur... Ich habe nur den Luxus, dass ich es nicht mehr zugeben muss. Sondern selbst dann, wenn ich unterlegen bin und tatsächlich so eine Frage stelle, so keine Ahnung. Und der Gast denkt dann so, clevere Frage. Hat er sich bestimmt vorher ausgedacht. Und dann ist es einfach nur ein natürliches Ereignis. Aber ich fühle mich ständig unterlegen. Also in jeder Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz. Ich muss immer überlegen, okay, war das jetzt in Ordnung? Weiß der denn doch mehr, als ich dachte? Gerade jetzt so in Corona-Zeiten. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin kein Virologe. Ich bin aber auch kein Gesundheitspolitiker. Und gleichzeitig überlege ich, was man fragen kann, was man fragen muss. Und von welcher Perspektive ich ausgehe. Woher kommt dann die Annahme, dass du... Also wenn du dich so unterlegen fühlst. Also dieses... Ich fühle mich ja nicht ständig unterlegen. Nee, aber das hat hier so ein bisschen... Aber es hilft in Momenten, wenn man arbeitet, im journalistischen Sinne, dass man dieses... Also ich habe lieber ein Unterlegenheitsgefühl in Gesprächen, als ein Überlegenheitsgefühl. Definitiv. Also das merke ich auch. Aber ich merke... Also so, was ich jetzt höre, ist eigentlich Demut ein bisschen. Ja, weil das ist ja eine Grundvoraussetzung für neugierige Gespräche. Warum, wenn man so auf Augenhöhe mit Olaf Scholz oder so reden würde, welche Neugier soll dann auch sein? Oder mit Merkel, welche Neugier soll dann auch sein? Aber wenn ich wirklich so von... Wenn mir so als Kind so die Vorstellung, ich gucke von oben herab, du hast so viele Fragen. Ja, also ich glaube, die Neugier entsteht dadurch, dass man nach oben guckt. und nicht nach unten. Absolut, ja. Besser könnte ich es jetzt nicht erklären. Nee, das war jetzt auch eine Punktlandung, dieser Satz, muss ich sagen. Den fand ich richtig gut. Das wird ein Zitat. Ja, so in die Sterne gucken, ist besser als auf dem Boden. Und hast du das Gefühl, jetzt mit dem Erfolg, den du auch mit Jungen und Iva auch hast, dass du es noch jemandem beweisen musst? Nein. Wirklich nicht? Ich wüsste nicht, wem ich irgendwas noch beweisen soll. Ich will mir Dinge beweisen. Und kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal ein paar andere Sachen mache oder mir neue Dinge ausdenke. Aber den Anspruch habe ich schon, dass ich mich weiterentwickele. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwem noch was beweisen muss. Also ich will natürlich viele Dinge noch machen, die ich bisher nicht machen konnte, die vielleicht andere machen können. Zum Beispiel? Da kann ich jetzt nicht drüber reden. Also es gibt jetzt ein oder zwei Projekte, aber wenn ich das ansprechen würde, könnten sie schon wieder in Gefahr sein. Aber da können wir im halben Jahr nochmal drüber reden. Nö, aber ich muss niemandem was beweisen. Also ich will, also wenn ich irgendwem irgendwas beweisen will, dann vielleicht meinen Mitstreitern, also hier im Team. Wenn ich immer sage, okay, nee, nee, das schaffe ich. Ja, den, da gehen wir lang. Über die Schiene mache ich das. Ich spreche ja vorher auch mit denen so ein bisschen, wo ich im Interview hin will. Und dann ist es natürlich so, das würde ich nicht machen. Versprichst du ab mit denen? Ich spreche es durch. Also ich hole mir da jetzt Inspiration und manchmal gibt es dann auch mal so von Tyler dann so, ja, aber fragst du mal so. Das ist ein guter Tipp, weil manchmal vier Augen oder Frauen hören manchmal mehr. Und er kennt mich halt am besten. Und da sprechen wir dann schon vorher durch. Von wem lässt du dir was sagen? Von Tyler und Hans. Und sonst? Niemand. Mutti und Papa natürlich auch, aber die haben mit dem Kram nichts zu tun. Aber ist das nicht auch ganz, also so, und ich bin da, also wir stehen da sozusagen auf einer gleichen Stelle. Ich meine, du wolltest, du machst ein Format, das nennt sich Politik für Desinteressierte. Und deine Eltern interessieren sich immer noch nicht dafür. Ist das nicht verletzend auch ein bisschen? Ich bin gescheitert. Naja, aber also in gewisser, also es ist ja so ein. Das Lust geht, sie interessieren sich nicht für Politik, sie interessieren sich aber für mich. Okay. Und darum gucken sie das. Die gucken nicht alles, aber wenn Leute da sind, die sie kennen, deren Namen sie kennen, dann gucken sie sich das an. Aber im Nachhinein, wenn wir dann irgendwie telefonieren und Mudi sagt, oh, Seehofer, das war ein schönes Gespräch. Dann rede ich aber nicht mit ihr darüber, wie sie dann den Teil zur Überwachung fand, sondern was sie dann über sein Leben gelernt hat. Also das interessiert die, das nehmen die dann mit. Ich habe nämlich in einem alten Interview, habe ich einen Satz gefunden, der mich nämlich so ein bisschen irritiert hat. Da hast du gesagt, dass vielleicht dich die Ablehnung der eigenen Familie geprägt hat. In welchem Kontext habe ich das gesagt? Du hast das, da ging es um Haltungsfragen. Das war ein, ich glaube, Taz, Futur 2. Ja, mein Opa, der mich so quasi politisch, also als Kind so politisch an die Hand genommen hat, tut es immer noch. Lehnt es ab, was ich mache. Ja, aber das hat dann den Grund, dass ich die Leute duze. Er ist halt ein sehr konservativer Typ und sagt sich so, nö. Aber inwiefern hat sich diese Ablehnung geprägt? Dass ich es trotzdem weitermachen wollte, weil ich davon überzeugt bin, dass das, was ich da mache, richtig ist. Und früher hat man sich dann halt Gedanken gemacht, okay, warum findet Opa oder Mama oder meine Freunde das nicht gut? Und irgendwann lernt man halt, und das ist für mich einprägsam, okay, es ist erstmal nicht entscheidend, was die Freunde sagen. Sondern erstmal ist entscheidend, was man selbst denkt. Und am Ende habe ich dadurch, also wie ich es finde, wie ich es machen wollen würde. Und am Ende muss es mir gefallen. Und am Ende muss ich und mein Team, müssen wir Dinge machen, die wir gut finden. Also wir gehen ja jetzt nicht Themen durch und sprechen die Themen an, die uns nicht interessieren, sondern weil uns Dinge interessieren, Außenpolitik und den ganzen Kram, sprechen wir das an. Wir gehen da jetzt nicht am Publikum und sagen, okay, was interessiert euch, sondern die Leute finden uns gut und finden das gut und authentisch, was wir machen, weil wir die Dinge aus unserer Perspektive ansprechen. Das lehnen dann halt viele ab. Und ich meine, es ist in der Bundespressekonferenz ja ähnlich. Über Jahre würde ich sagen, kein kleiner Teil des Vereins, also der anderen Kollegen, lehnt einfach grundlegend ab, was ich da mache. Weil sie halt ein anderes Verständnis von dieser Institution und so weiter haben, wo ich mir sage, okay, das könnt ihr haben. Aber als ich da Mitglied wurde, wurde mir das nicht erklärt, dass das hier der Status Quo ist und dass man an dem nicht rütteln kann, sondern hier ist es ein Verein, der Pressekonferenzen organisiert und die Bundesregierung dort zu Gast ist. Da steht jetzt nicht, welche Fragen man nicht stellen kann oder wie oft man fragen kann oder dass man nur zu einem Thema fragen kann oder dass man irgendwie staatstragend auf einmal die NATO nicht in Frage stellen kann oder so weiter. Nein, also hier ist alles erlaubt. Ist ja nicht mein Problem, dass andere Kollegen nicht auf die Idee kommen, zu fünf verschiedenen Themen zu fragen. Was gelingt dir, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, was gelingt dir durch deine sehr unumarmende Art, was anderen nicht gelingt? Also was gelingt dir durch dieses, oder anders gestellt, was gelingt dir durch dieses nicht gemocht werden wollen, was anderen nicht gelingt? Bei meinen Fragen kann ich Leuten beim Nachdenken zugucken. Und dieser Moment, das ist für mich immer das, das ist jetzt doof, aber es ist eine Art Genugtuung, weil man dann jemanden, der sonst mit allem sich auseinandersetzen muss, der gebrieft wird bis zum Get-No und der sich wahrscheinlich mit allen Fragen vorauseinandersetzt, gerade so Pressekonferenzen, und du es schaffst, eine Frage zu stellen, am besten so kurz und knapp wie möglich, damit der dann, während die Frage gestellt wird, nicht so viel Zeit hat nachzudenken und wenn er erstmal so stockt und so überlegen muss. Das ist für mich ein Zeichen, okay, da bekommt man jetzt mal eine andere Antwort. Heißt ja nicht automatisch, dass es eine ehrliche Antwort ist, aber man bekommt eine andere Antwort. Das ist für mich eine Genugtuung. Du hast gerade diesen Blick beschrieben, diesen nachdenklichen und dass jetzt da vielleicht nicht die Standortantwort kommt. Es gibt gerade, zumindest reden wir jetzt Ende März, ist es erst, nee, ist schon der 1. April, ne? Heute 1. April, April. Wir reden am 1. April 2021 und die Medien, umschreibe ich sie jetzt mal komplett, da ist sehr viel von Vertrauensverlust gegenüber der Regierung zu lesen, vor allen Dingen in Bezug auf Corona. Wie siehst du das aktuell? Also vertraust du unserer Regierung? Nein. Nein. Aber ich als Journalist sollte das auch nicht sagen und erst recht nicht tun, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir sind als Journalisten und Journalistinnen dafür zuständig, für die Bevölkerung das zu kontrollieren, was gesagt wird und wie gehandelt wird und das müssen wir halt abklopfen und gleichzeitig darstellen, dass es zum einen so gemacht wird, wie es gemacht wird, die Gründe dafür nennen und diese Dinge hinterfragen und gleichzeitig Alternativen aufzeigen. Roger Wilmsen nannte die Regierung Sachbearbeiter. Wie würdest du sie bezeichnen? Ich auch. Also ich nenne sie immer scherzhaft die Bundeswirtschaftsregierung. Warum? Naja, weil gerade eine Regierung mit der CDU im Großen und Ganzen wird der Status Quo verwaltet, der Stillstand glorifiziert und gleichzeitig alles dafür getan, dass die Konzerne und die Reichen und Superreichen reich und super reich bleiben. Du bist ja auch irgendwann losgegangen, um reicher zu werden. Also irgendwann, also bist du, hast du erst auch so, man studiert BWL und eigentlich möchte man auch, man möchte den Eltern nicht auf der Tasche liegen und so weiter und möchte irgendwie Geld verdienen. Ja, ich wollte, nee, ich wollte reich werden. Ich wollte super reich werden. Ich wollte ein Startup gründen. Ja, ich habe die Startups abgetingelt und weil ich der Überzeugung war, geil mit einer geilen Idee, gründe ein Startup und entweder werde ich dann dadurch reich oder wenn ich es verkaufe. Und dann lernst du halt, wenn du hier halt hier bei den Startups arbeitest, dass du es hier nur mit Copycats zu tun hast, die quasi aus meiner Sicht, aus einer moralischen Sicht auf unehrliche Weise stinkreich werden. Weil sie klauen. Weil sie die Dinge geklaut haben und dann natürlich einfach nur warten, bis der amerikanische Mutter, also das amerikanische Original oder so weiter nach Deutschland kommen und sie dann aufkaufen. Du hast bei StudiVZ gearbeitet zum Beispiel. StudiVZ, bei Daily Deal hieß es, glaube ich. Was war Daily Deal? Das ist so wie Groupon und so weiter. Bei Zalando war ich dabei, bei Spreadshirt, bei Absolventa. Also es gibt ja wirklich, und das sehen wir auch gerade, wenn wir uns die Regierung angucken, es gibt ja schon einen Drang, auch sich die Taschen voll zu machen. Und den schnöden Mammern irgendwie doch hinterher zu laufen und zu sagen, das machen wir. Und das finde ich in deinen Sachen, das merkt man auch wirklich, darum geht es dir nicht. Dass ich mir die Taschen voll mache? Ja, nee, das ist genau. Weil das Thema ist an sich natürlich ein Thema für uns. Natürlich das Thema ist ein Thema für euch, aber es geht, man merkt euch und man merkt dir an, das hast du ja auch erst gesagt, dir geht es nicht mehr darum. Wann hast du das, wie bist du das losgeworden, dieses auf dieser Treppe stehen und glauben, wenn man irgendwie 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro auf dem Konto hat oder du wolltest stinkreich werden, dass das nichts ändert. Wie hast du das gemerkt und bist du aus diesem Zug ausgestiegen? Ich habe irgendwann gemerkt, dass das Geld, was ich im Monat verdiene, dass das locker für die Miete reicht und dass ich jetzt nicht jede Woche aufs Konto gucken muss, ob noch genug da ist. Das ist ein sehr erleichterndes Gefühl gewesen und gleichzeitig die Freiheit zu haben, ich muss jetzt morgen nicht arbeiten. Ich kann jetzt auch eine Woche Pause machen und trotzdem brauche ich keine Angst haben, dass nächsten Monat nicht genug Geld da ist. Ich glaube, so die Erleichterung ist nach ein oder zwei Jahren gekommen, nachdem wir dieses Spendenmodell eingesetzt haben und ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, es gibt jetzt keinen Rückgang. Also es gibt jetzt keinen Monat, wo am Ende nicht genug rauskommt, sodass wir zu zweit oder zu dritt davon leben können. Und als ich das gemerkt habe, dass es quasi so eine Basis jeden Monat gibt, habe ich auch aufgehört, quasi mir Gedanken zu machen. Aber die meisten Leute, also ich bin dann, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber vielleicht ist das auch was Norddeutsches, ich bin dann doch genügsam. Also irgendwann, klar, früher das Amerikanische, also du bist erst was, wenn du Millionär bist. Mittlerweile, das ist mir, ich werde nie Millionär werden und gleichzeitig weiß ich, dass ich dann doch wahrscheinlich besser verdiene als der grobe Schnitt in der Gesellschaft und da bin ich ganz zufrieden mit. Aber es gibt ja diese Ängste. Weil ich das mache, was ich liebe, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass ich damit genug Geld verdiene, dass ich nicht gezwungen bin, andere Dinge zu machen. Da sind wir bei Korruption. Korruption gibt es ja auch beim Journalismus. Ja, natürlich. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie noch gezwungen wäre, nebenbei Dinge zu moderieren, bei irgendwelchen Konzernen oder Konferenzen und so weiter, dann würde ich mich davon abhängig machen. Aber es passiert ja. Also es passiert ja genau das und ich würde jetzt nicht sagen, dass Gregor Gysi nicht genug Geld auf dem Konto hat. Dennoch sagt er, ach das Vortragsgeld, das nehme ich doch noch mit und ich nehme noch das mit und das mit und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht so, dass das, und wir können auch ganz viele andere Politiker nehmen und Politikerinnen, also eher Politiker, glaube ich. Und dieses Gefühl, also die haben ja auch genug eigentlich, aber warum, also zum einen, was glaubst du, warum das da nicht aufhört, dieser Gedanke, ich bin zwar schon 70, aber man weiß ja nie. Und warum ist dir das gelungen? Also wie, machen wir doch mal vielleicht eher so, wir stellen uns mal vor, hier sitzt jetzt Gregor Gysi und hier sitzt jetzt Thilo Jung. Was könnte Gregor Gysi da von dir lernen? Weiß ich nicht, ich finde, das ist so eine Persönlichkeitssache. Also ich wüsste ja auch nicht, angenommen, ich werde jetzt bald Vater oder ich hätte jetzt ein Kind und das ist fünf oder zehn und ich bin in der Situation, dass ich wie heutzutage mir Sorgen mache, wie die Zukunft aussieht und wir in einer Gesellschaft leben, wo wir nicht mehr sagen, mein Kind wird es besser haben als ich. Dass ich dann sage, nö, nö, also ich bin, ich mache das, worauf ich Bock habe, obwohl ich vielleicht aus Vorsorge für mein Kind vielleicht nochmal 20.000 Euro extra im Jahr verdienen könnte, was ich dann für mein Kind reserviere oder so weiter. Also in die Situation, in die Perspektive bin ich einfach bisher nicht gekommen und ja, ich meine, Gysi könnte ja, ich meine, das hat natürlich auch mit was mit Eitelkeit zu tun, dass man das gerne mitnimmt. Man ist gerne gefragt, man möchte gerne gemocht und präsentiert werden, aber trotzdem eine gewisse Genügsamkeit gehört dann auch dazu, nicht zu einem Ja und Abend zu sagen. Und gerade wenn man das Geld nicht braucht, könnte man es ja auch zum Beispiel spenden. Und am welchen, na gut, oder man macht es gar nicht erst dann, also Spenden sind ja auch dann einfach, unterstützen ja auch einfach nur ein System. Gut, bei Politikern ist es aber was anderes, also da habe ich ja, ich verstehe eh nicht, warum Politiker für irgendwelche Auftritte Geld bekommen sollten. Sehe ich auch so. Nur, was ich noch nicht verstanden habe und denen, das müssen wir noch knacken, ist, wann diese Erkenntnis gekommen ist. Also dieses Genügsamkeit, also die meisten können nicht aussteigen. Die meisten Menschen können, laufen dieser Möhre hinterher, selbst wenn sie genug haben. Die Möhre heißt immer mehr, immer mehr. Immer mehr, immer mehr Geld und man weiß, meistens ist es eine diffuse Angst, auch bei den reichsten Menschen, die ich kenne. Es könnte morgen alles vorbei sein. Es könnte ja sein, dass morgen niemand mehr fragt und deswegen häufen sie immer und immer mehr an. Aber ich glaube, das ist auch Teil unserer Gesellschaft, dieser kranken Gesellschaft, in der wir leben. Das ist der real existierende Kapitalismus, der uns zu dieser Art zu denken und in dieser ständigen Angst fesselt. Und ich habe in der Zeit, ich habe das ja auch durchgemacht, ich habe diese Ideologie auch gefressen und verfolgt. Irgendwann habe ich kapiert, dass das nicht mein Weg ist. Also das ist nicht immer um Wachstum. Am Ende ist es ja immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Genau. Also was wir quasi von unserer Regierung und unserer Wirtschaft erwarten, dass sie weiter wächst, weil sie wachsen muss, weil unser ganzes System darauf aufgebaut ist, das haben wir mittlerweile auch verinnerlicht. Und das kann ich erst überwinden, indem ich das selbst überwunden habe. Und ich kann dir jetzt aber keinen Punkt nennen, wann das passiert ist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht auch ohne Wachstumszwang. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, dass wir mehr Abonnenten haben oder dass wir mehr Abonnenten bekommen oder dass uns noch mehr Leute finanziell unterstützt nehmen. Da habe ich nichts dagegen. Aber ich bin darauf nicht angewiesen. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn es stagnieren würde oder so weiter. Weil ich froh bin, weil es mir lieber ist, dass ich das mache, was ich liebe, mit der Freiheit, die ich habe, anstatt dafür mehr Geld zu bekommen. Die Freiheit ist dann höchstes Gut, die Unabhängigkeit. Ja, darum ist es auch immer schwierig, man redet ja mit vielen über Kooperationen und andere Sachen und da scheitert es dann meistens, dass man dann sagt, ja gut, wir können gerne kooperieren, wir können uns gerne irgendwie einen Sendeplatz geben. Wenn wir jetzt über das Fernsehen reden, aber am Ende muss klar sein, dass wir entscheiden, mit wem wir reden und welche Themen wir machen. Und da fängt es dann schon an. Aber da bist du ja auch irgendwann ausgestiegen aus diesem Spiel. Also dieses Spiel wolltest du ja am Anfang auch mitspielen noch. Ich habe eine alte Sendung gefunden von dir, wo du noch mitspielen wolltest. Ja gut, aber wenn du ein Spielfeld bekommst, wo du was produzieren kannst, was du alleine nicht produzieren könntest, dann probiere ich das gerne. Und es hat ja, es war ein guter Anfang und diejenigen, die das bei uns quasi bestellt haben vom ZDF, meinst du wahrscheinlich? Genau. Die waren höchst zufrieden. Also das ist, ich weiß, ich würde es jetzt auch nicht nur mehr in der Art und Weise machen, aber ich glaube, die zehnte Sendung sieht immer anders aus als die erste. Aber das ist dann natürlich an anderen Personen im Sender gescheitert, die dann gesehen haben, ach du Scheiße, Thilo Jung da bei uns? Nee, das wollen wir nicht. Dann wurde das halt intern blockiert. Möchtest du, dass das so, wie es jetzt ist, so bleibt? Also dass deine, ich weiß, dass es nicht so bleiben wird. Okay, was wird sich verändern? Ja, die, ich werde als Mensch mich weiterentwickeln, ich werde als Interviewer mich weiterentwickeln. Ich weiß nur, dass ich jung und naiv so lange und oft machen will, wie ich es will. Und vielleicht mache ich das in 20 Jahren immer noch. Aber ich kann mir natürlich trotzdem vorstellen, dass ich irgendwann mal ein Jahr Pause mache oder einfach mal so zwei Jahre Reisedokus mache oder so, keine Ahnung. Also dafür bin ich offen. Was verstehst du unter Linkssein? Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen. Wie machst du das? Ja, indem man diagnostiziert, wo Ungleichheit herrscht, wo die Schere immer weiter auseinander geht, wo durch unser Handeln andere Menschen leiden. Bezieht sich jetzt auf Waffenexporte, auf die Art, wie wir wirtschaften, in Sachen Klima, wie wir wirtschaften, dass dann die meisten Auswirkungen auf die schwächsten in anderen Teilen der Welt hat. Und das würde ich jetzt im Großen und Ganzen jetzt erstmal so sagen. Also ich gucke nach oben. Also ich kritisiere die Mächtigen und frage, warum die Macht haben und ob das legitim ist. Und was müsste sich deiner Meinung nach in der Regierung ändern? Also du guckst mich direkt so an, wie lange haben wir Zeit? Aber lass es doch vielleicht irgendwie so. Ich meine, du beschäftigst dich so unglaublich damit, wie ich niemanden kenne, der das tut. Fragst du, was passieren muss in der Regierung, damit sich was ändert oder was sich in der Regierung ändern muss? Wo ist es der Unterschied? Naja, ich glaube, es wird sich wenig ändern, obwohl alle sagen, dass wir es ändern, wenn sich die Regierungspartei schlechthin nicht aus der Regierung bewegt. Ich glaube, es ist erst eine Veränderung möglich. Ich sage nicht, dass die Veränderung eintritt, aber es ist erst eine Veränderung möglich, wenn die Union aus der Regierung ausscheidet. Das heißt nicht, dass ich die Grünen und alle anderen, die daran beteiligt werden, als Heilsbringer sehe, aber ich sehe den Bremsklotz, also der Bremsklotz für Veränderung, der muss weg. Aus der Regierung, ich sage nicht, die Union soll verschwinden und so weiter, aber sie muss in die Opposition, damit sie sich neu erfinden kann. Und ich glaube, dadurch sind erst Veränderungen, tatsächliche Veränderungen möglich, obwohl das natürlich auch immer sehr schwer wird. Wir sind ein sehr, sehr konservatives und starres Land. Und daran ist nicht nur die Union schuld. Okay, jetzt gehen wir davon aus, das sieht ja auch aktuell so aus, als würde das möglich sein. Ja, erstaunlich. Erstaunlich, wie schnell auch. Und es ist ja noch ein bisschen hin, das heißt, da können auch noch der eine oder andere Ausrutscher passieren, aber auch bei allen. Jetzt nehmen wir mal an, das passiert, was müsste dann passieren? Also vor allen Dingen auch, wie kriegen wir es hin, aus diesem Wachsen-Wachsen-Wachsen-Gedanken auszusteigen? Weil wenn wir nicht aus dem Gedanken rauskommen, wenn wir nicht andere Zahlen haben, die uns glücklich machen, dann Bazooka hilft nicht. Es gibt ja auch nicht den Knopf, wo du dann das Wachstum ausstellen kannst, sondern du musst alle quasi gesellschaftlichen Regeln und wirtschaftlichen Regeln angehen, warum in dem Bereich Wachstum nötig ist. Also bei den Versicherungen, bei der Staatsfinanzierung, bei der Kreditvergabe und so weiter und so fort, das basiert ja alles auf dem kapitalistischen Gedanken, Geld vermehrt sich und es vermehrt sich immer weiter. Und wir müssen an allen Stellschrauben da ran und da gucken, wie wir diesen Zwang loswerden können. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie du das löst. Welche? Die Lösung will ich jetzt hier gar nicht sagen. Ich meine, es gibt dann so die sozialistischen Sachen und wir machen das einfach selber. Oder du findest irgendwie Art und Weisen, wie du das durch eine freie Gesellschaft anders organisiert bekommst. Da bin ich ja völlig offen. Ich glaube, man muss das aber erstmal problematisieren und die Leute müssen verstehen, dass das ein Grund ist. Oder der Grund ist, also der Kapitalismus, der Grund ist, warum wir hier leiden. Also die Art, wie wir wirtschaften und was wir mit der Welt machen, wie wir sie ausbeuten, wie wir die Menschen ausbeuten, dass wir an den rangehen müssen. Und das ist immer noch gefühlt das heilige Kalb in der deutschen Politik. Da wird dann immer gesagt, nein, das ist doch nicht Kapitalismus, das ist soziale Marktwirtschaft. Und dann sagst du, ja, es ist egal, wie du das nennst, das macht den Planeten kaputt. Das macht nicht nur die Planeten kaputt, das macht Gesellschaften kaputt. Merken wir ja, die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Der Kapitalismus macht eine gesellschaftliche, also verstärkt auch die Spaltung. Jetzt zum Beispiel in der Pandemie, also ich glaube, ein Grund, warum wir so viele Querdenker haben und Leute, die immer nur sagen, ich, 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 ich will jetzt hier meine Freiheit haben. Ich will entscheiden, ob ich Maske trage. Ich will, ich mache da nicht mit. Das hat auch mit der, mit der neoliberalen Ära der letzten 30, 40 Jahre zu tun, die natürlich auf das Ich immer gegangen ist, auf den Individualismus. Am Ende zählt erst mal, was ich will, was meine Ziele sind. Aber wie könnte man das verändern? Ja, das kann man, das gibt es keinen, keinen Fahrplan. Das kannst du nur über viele Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte ändern. Aber du musst irgendwann anfangen, weil je später wir anfangen, desto katastrophaler sind die Auswirkungen. Wie kannst du dabei helfen? Indem ich die gesellschaftlichen Problemstellen für die Probleme, die ich ausmache, Klimawandel, soziale Spaltung, Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit. Indem ich das Thematisieren anspreche. Aber ich werde jetzt Teufel tun und sagen, so muss es passieren. Ich kann nur fragen und hinterher fragen, wenn Leute sagen, nö, da muss man gar nichts machen. Welche Leute siehst du, ob jetzt, also das muss jetzt gar nicht nur eine Regierung sein, die eine Fähigkeit hätten, das anzuschieben? Von den jetzigen, die da sind? Von den Menschen, die es jetzt gibt. Ja, also vielleicht, also es muss jetzt, wie gesagt, auch gar nicht die Regierung sein. Es kann auch sein, dass du sagst, das ist der Autor oder die Autorin, der Denker, die Denkerin. Das sind Leute, die in deiner Beobachtung, ob die jetzt bei dir waren oder nicht, wo du denkst, die haben irgendwie, wenn man das, wenn man die zusammenbringen würde oder vielleicht sind die auch schon zusammen, das sind irgendwie kluge Gedanken. Das habe ich auch mal gedacht, immer so, dass man irgendwie, wir müssten einfach hier Maya Göbel zur Wissenschaftsministerin machen oder zur Umweltministerin. So auf die Art, aber mit Experten oder irgendwie Stefan Rahmsdorf, unseren obersten Klimaforscher, den machen wir dann zum Umweltminister, dann läuft das schon. Das ist natürlich illusorisch, weil es einfach nicht so funktioniert. Ich glaube, in Frankreich hat das Macron doch gemacht, dass er den obersten oder einen bekanntesten Klimaschützer des Landes zum Umweltminister gemacht hat. Er hat dann irgendwann schnell wieder hingeschmissen. Nee, es muss eine grundlegende Art und Weise, auch eine gesellschaftliche Beeinstimmung sein, dass man jetzt Prioritäten hat. Und Prioritäten, das ist immer noch die Priorität, die ich bemängle, dass wir zum Beispiel in Sachen Klimawandel alles dem Ziel, CO2-Ausstoß zu reduzieren, unterordnen. Und das passiert nicht. Und da ist es am Ende doch erstmal egal, ob wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierung haben oder eine schwarz-grüne. Wenn die schwarz-grüne das tatsächlich tut, dann ist mir das egal, welche Art von politischer Ideologie dahinter steht, wenn das Richtige gemacht wird. Weil es ist ja manchmal aus unterschiedlichen Motiven, machen die das oder machen die das nicht. Du sagst, wenn ich das richtig höre, es geht gar nicht darum, wer da sitzt oder wer… Die Köpfe sind zweitrangig. Es geht um die Priorität, die das einhört. Es geht um eine Priorität, es geht um die Ideen und der Weg, wie das realistisch umgesetzt werden kann, sodass die meisten Leute dort mitgehen. Und wem traust du das am meisten zu? Denn, dass das jetzt Thema ist, dass das jetzt Wahlthema ist, das merkt man ja, dass anderen auch, keine Ahnung, dass Parteien, die jetzt vorher nicht das auf ihren roten Fahnen stehen hatten, das jetzt irgendwie auf ihre Fahne schreiben. Ja, ich traue das zumindest nicht denen zu, die aktuell seit 20, seit vielen Jahrzehnten unsere Regierung bestimmen. Also der SPD und der Union, die hatten jetzt Jahre, jahrzehntelange Zeit, das zu tun. Den traue ich das nicht zu. Trotzdem realisiere ich, ohne die beiden kannst du wahrscheinlich eine neue Regierung auch nicht machen. Also sollten sie vielleicht am besten Juniorpartner sein und natürlich kann man an den Linken und an den Grünen eine Menge kritisieren. Man kann darauf hinweisen, dass sie da, wo sie in Verantwortung sind in Deutschland, auch nicht so konsequent das machen, was sie machen sollten. Aber trotzdem, was sind die Alternativen? Und man kann jetzt natürlich radikal sein und da muss eine neue Partei, da muss eine neue Klimaliste oder gibt da Radikal-Klima und so weiter. Ja, das ist alles wichtig und das finde ich gut, damit man diese Parteien pusht. Aber ich glaube, die sind am ehesten auf einer Bundesebene und damit auch auf einer Europaebene imstande. Beziehungsweise haben die intellektuellen Willen, da tatsächlich was zu tun. Du hast mal gesagt und dann kommen wir auch langsam zum Ende, dass du der Medienwandel bist. Ja, ich weiß es, in irgendeinem Interview, da haben sie, sie haben es mir so, ja. Aber es ist ja auch, also ich, völlig, ich sage das absolut neutral und meine Frage, was glaubst du, wohin wird sich der Medien, wohin wird sich der Medien hinwandeln? Nee, wohin werden sich die Medien hinwandeln? Ich glaube, es wird leider noch schlimmer werden, dass sie immer weiter dieses Clickbaiting machen und immer weiter das Verdummungs-, den Verdummungskram weiterhin öffentlich und kostenlos machen und die Leute so. Moment, erzähl das, den Verdummungskram öffentlich machen. Pass auf. Gute Recherchen, tolle Informationen, gute Artikel und Sendungen. Sind meistens in einer Paywall. Da lassen sich die Verlage und die Medien zu Recht das bezahlen. Der Bullshit, das Clickbait ist umsonst. Und dann wundern wir uns, das ist ja seit 10, 15 Jahren so, und dann wundern wir uns, warum die Leute teilweise so dummes Zeug sagen, verbreiten und so weiter und so fort. Weil sie natürlich die kostenlosen Sachen sich angucken und nicht die aufwendigen Recherchen, wo im Hintergrund, wo tatsächliche Neuinformationen sind, wo Dinge erklärt werden. Ich finde, ohne das jetzt irgendwie als eine wissenschaftliche These zu formulieren, aber ich glaube, das ist ein riesengroßer Grund. Ich meine, die Leute, bin ich mir sicher, lesen und konsumieren viel, viel mehr Nachrichten als noch vor 10 oder 20 Jahren. Da habe ich sogar im eigenen Leib erlebt. Du guckst morgens in die Zeitung und vielleicht abends nochmal Tagesschau oder so weiter. Aber heutzutage kannst du ja ständig. Und dann klickst du aber natürlich auf die Dinge, die erstens dich so baiten, dass du da neugierig bist, drauf zu klicken. Das ist ja nicht mehr wie, alte Art von Journalismus wäre eine Headline, Matze ist 40 Jahre alt geworden. Heutzutage ist die Headline, Matze hat Geburtstag. Wir verraten, wie alt er ist, damit du klickst. Und das ist eine beschissene Art von Journalismus. Warum kommst du nicht mit der wichtigsten Nachricht raus? Warum musst du dafür sorgen, dass da nochmal geklickt wird? Warum musst du dafür sorgen, dass es die Klicks gibt, damit du deinen Werbeumsatz kennst? Wie könnte das anders sein? Ich bin ja der Meinung, dass man mit Politik, Journalismus kein, also damit kannst du kein profitables Unternehmen führen. Weil wenn du werbefinanziert bist, dann sind viele Themen nicht werbefreundlich, wie ich es bei YouTube gelernt habe. Wenn du über die Hintergründe von Terrorismus, von Kriegen, Drohnenmorden, von Vergiftungen, von meinetwegen Rechtsterror in Deutschland berichtest, die grundsätzlich wichtig sind, die absolut entscheidend sind zu verstehen, damit sich unsere Gesellschaft damit auseinandersetzen kann, dass das gleichzeitig Sachen sind, wo Werbekunden sagen, da möchte ich aber jetzt nicht in Verbindung gebracht werden. Ich möchte jetzt nicht, gibt es aber bei YouTube selbst auch, du kannst ja auch. Es war früher immer so, ja, das ist jetzt entmonetarisiert worden, weil keine werbefreundlichen Inhalte. Und wenn das auf YouTube so ist, dann ist das natürlich auch bei den Zeitungen so und bei den kommerziellen Medien. Darum würde ich mir von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine andere Art und andere Herangehensweise wünschen. Darum habe ich ja jahrelang den Aufwachen-Podcast gemacht, damit wir da in die Wunde stechen. Aber wenn du einen werbefinanzierten Journalismus machst, dann kommst du an deine Grenzen. Ich meine, ich gebe dir mal so das Beispiel von der FAZ, damals war der Dieselskandal und die haben öfter und immer wieder darüber berichtet, was VW da alles für eine Scheiße gemacht hat. Und irgendwann hat dann mal der Werbekunde Volkswagen angerufen und hat dann da mal nicht dem Redakteur oder dem Chefredakteur gesagt, aber dann entweder dem Herausgeber oder dem Anzeigenchef, wenn ihr das jetzt so weitermacht in der Phase, und dann werden wir die nächsten zwölf Monate mal unsere monatliche ganzseitige Anzeige, die pro Anzeige 100.000 Euro kostet oder so weiter, da gehen wir zu jemand anders hin. Was ist passiert? Sie haben es gemacht. Sie haben die Anzeige zurückgezogen. Die FAZ war vielleicht eine Million Euro Umsatz ärmer. Ja, und jetzt ist VW wieder Werbekunde. Und gibt es weniger Berichterstattung darüber? Weniger? Ja, was heißt weniger? Also qualitativ weniger, würde ich sagen. Weil das ist ja, ich bin mir auch sicher zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, wenn wir über Streiks reden. Ich hatte letztens gerade den Wieselski bei mir, den Gegner der Deutschen Bahn, wenn es um Tarifgespräche geht. Das hatte natürlich auch einen Grund, warum die GDL und diese Streikenden immer eher im schlechten Licht drin stehen. Man könnte ja auch als Medien, als demokratisches Medium sagen, ey toll, die nehmen ihre Grundrechte wahr, die streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Nein, da wird dann die Perspektive des Konzerns eingenommen. Ey, wir können hier nicht fahren. Und der Konzern sagt natürlich nicht, wir können hier kein Geld verdienen und die Leute so schlecht wie möglich bezahlen, sondern wir können unsere Kunden nicht bedienen. Und dann werden natürlich dann gleich die Kunden, oh ja, scheiße, Scheiße, Bahnstreik ist doch scheiße und so weiter und so fort. Dann wird dann auf dem Rücken der Kunden dieser Konflikt ausgetragen. Und die Bahn sagt natürlich auch, das weiß ich, da wo sie Werbekunde sind. Ja, also wenn ihr jetzt weiter so wohlwollend über diesen Streik berichtet, dann werden wir vielleicht auch mal überdenken, ob wir unsere Anzeige jetzt weitermachen. Aber wie könnte man das denn, also das sprengt vielleicht auch den Rahmen, aber ich nehme diesen Punkt, den du hast, den finde ich total nachvollziehbar zu sagen, na klar, die wirklich tief recherchierten Sachen, die sind hinter einer Paywall und ich zum Beispiel, ich habe mehrere Abos und ich kann mir dann die durchlesen und habe dann Hintergrund. Wir, ja, aber wir sind ja privilegiert. Wir sind privilegiert, genau. Meist machen sie. Und dann haben wir aber jemanden, der ist nicht privilegiert, der irgendwie, keine Ahnung, ist vielleicht, keine Ahnung, arbeitet vielleicht in der Pflege und verdient nicht das Geld und liest dann eben nur die Artikel, die schnell und klicken und so weiter und so fort. Kostenlos sind, ja. Kostenlos sind. Wie ist denn, aber letzten Endes ist das Medienunternehmen ja auch interessiert daran, Geld zu verdienen. Ich weiß. Und wie kann das gelingen? Also irgendwie müssen sie ja Geld verlangen, auf der einen Seite. Richtig. Auf der anderen Seite, aber gebe ich dir total recht, also das leuchtet mir total ein, dass du sagst, na klar, wenn du dir das nicht leisten kannst, die Bildung, und wir wissen, wie wichtig Bildung ist, dann ist es natürlich doof. Und als Medium kannst du dir nicht leisten, den Werbekunden zu verlieren. Ja. Also du überlegst dir auch zweimal, wie kritisch, wie tief, wie oft du berichtest. Und das heißt jetzt nicht automatisch, die Leute, die Medien, die kommerziell sind, sollen keine Werbung mehr machen. Aber du musst dich, glaube ich, unabhängiger von den Werberlösen machen. Und wie kann das gelingen? Ich meine, bei euch ist es so, du machst das über Spenden einfach und sagst dir, so macht es der Guardian zum Beispiel auch. Und die Taz macht es auch so und sagt, hier, Spende und trotzdem alles free. Genau. Ist das ein Weg? Ich weiß nicht, ob das der Weg für alle ist, aber ich würde jedenfalls jedem und jeder, die heutzutage anfängt, mit sowas, was wir zum Beispiel machen oder so weiter, nicht mit Werbung. Also gerade, wenn es um Politik geht. Ja. Weil dann, das kann ich euch sagen, also je politischer man wird und je tiefer man irgendwo eintaucht, desto werbeunfreundlicher ist das. Das hast du gelernt. Ja. Du verdienst aber Geld durch Spenden und durch Werbung, die bei YouTube ist. Wir haben die minimalste Variante von Werbung, weil uns geflüstert wurde, wenn wir gar keine Werbung haben. Also wenn wir entmonetarisieren würden, dann würde der YouTube-Algorithmus uns nicht so oft vorschlagen. Weil YouTube als Unternehmen hat ja auch ein Interesse daran, dass die Leute Videos klicken, aber am liebsten natürlich Videos, mit denen sie Geld verdienen können. Ja. Und also wenn wir jetzt eine normale Monetarisierungsvariante machen, so wie alle anderen, dann würden bei unseren dreistündigen Interviews alle acht Minuten eine Werbeunterbrechung kommen. Ja. Das sehen wir auf der Horror. No. Das mache ich nicht. Wir haben eine überspringbare Anzeige am Anfang eines Videos. Das heißt, wenn du die überspringst, kriegst du auch nichts. Und gleichzeitig musst du halt auch realisieren, das sehe ich dann auch jeden Monat, wenn ich dann die Spendeliste unseres Bankkontes durchgehe. Ich habe dann eher das Gefühl, dass doch Elfriede eher die Mutter von einem unserer Zuschauer ist, als der Benni, der 18 ist und uns Geld überweist. Und das sind dann, und dann haben wir halt viele junge Leute, die uns gerne gucken, aber halt tatsächlich kein Geld haben und dann sagen so, ey, ich gucke mir lieber eine Werbung von euch an und dann weiß ich, dass ich euch dadurch in gewisser Weise unterstütze. Wie viele Leute spenden da im Monat? Einzelspenden? Ein paar Tausend. Und warum macht ihr kein Abo-Modell? Weil don't fix what's not broken. Also klar, könnten wir machen, könnten wir umstellen, aber wir fahren seit sechs Jahren super gut damit. Solange das so läuft, machen wir das. Und der Wandel von Thilo Jung, wie schätzt du den ein für die nächsten zwölf Monate? Wir kommen ja vom Medienwandel. Ich würde mir wünschen, dass wir eine neue Regierung bekommen und danach sieht es ja aus. Also neu heißt nicht GroKo, weil ich kenne nur GroKo als Politikjournalist. Und das ist meine einzige Hoffnung, dass wir eine neue Kombination bekommen. Dass es für dich wieder spannender wird? Ja, dann wird es wieder spannend. Wir schließen mit drei schnellen Fragen. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich Fragen stelle, die nicht meine Fragen sind. Es gibt immer noch Leute, die denken, dass ich das schöne Gesicht der Sendung bin. Und dass entweder mein Kumpel oder andere Mächte im Hintergrund mir tatsächlich... Was denken Leute? Ja, es gibt Leute auch in der Regierung, die jahrelang gedacht haben, wer spendet denn für diese Arbeit Geld, der wird doch reiche Eltern haben. Weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass Menschen für die Übertragung von Bundespressekonferenzen und so komischen Interviews Geld spenden. Die waren der Meinung, dass wir reiche Eltern haben, die uns den Arsch pudern und wir einfach nicht auf Geld angewiesen sind und darum machen können, was wir wollen. Was möchtest du gewesen sein? Relevant. Für wen? Für die Gesellschaft. Und die letzte Frage stell dir vor, ich habe eine große Plakatwende am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, was für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Es darf keine Werbung sein, aber das versteht sich von selbst. Liest ein Buch. Dann muss ich noch fragen, welches. Das darf dann, die Werbung darf sein. Ach du Scheiße. Hm. Ich wollte jetzt gerade das Kapital von Piketty sagen, aber das ist dann, wenn du sagst, alle Berliner, das letzte Buch von Maja Köpel. Das ist doch super. Thilo, vielen herzlichen Dank, ich bin gespannt auf deinen Wandel. Ich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Das war Thilo Jung. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Man kann von Thilo auf jeden Fall lernen, sein eigenes Ding zu machen. Bei ihm hat das ja durch Ablehnung genau dazu geführt. Denn am Anfang wollte er mitmachen, das hat nicht geklappt und deswegen macht er sein eigenes Ding. Und das kann man sich auf jeden Fall von ihm abgucken. Ganz einfach auch, er hat super leicht und simpel angefangen mit dem einfachsten Equipment am Anfang, mit dem iPhone nur. Er hat nicht geschnitten, da hat er Zeit gespart. Ist immer bei seinem Format und seiner Form geblieben, was auch interessant ist. Probiert immer wieder neue Sachen aus und macht das sehr, sehr regelmäßig. Also, wenn ihr abgelehnt werdet, macht es einfach wie Thilo Jung. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Supporter Frank Bugbiet und Athletic Greens. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Mitarbeit an Torben Becker, für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köppen. Und wie fast immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das der neue Podcast von Fynn Kliemann, der war ja auch schon zu Gast. Der macht jetzt endlich einen Podcast, der nennt sich Von A nach B. und es geht darum, wie Menschen örtlich, aber auch gedanklich von einem Ort zum anderen kommen. Der erste Gast ist Thilo Mischke, auch ein Thilo, auch ein Journalist, war ja auch schon zu Gast. Es ist ein spannendes Gespräch über seine wirklich, wirklich erzählenswerten Reisen. Von A nach B, der Podcast, von und mit Fynn Kliemann, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin. Schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze. Schönen Tag, eine gute Nacht.